Hi! Hier ist der Gamondo-Cast. Wir sind wieder da. Zumindest ist Marco da. Hallo Marco. Ja, hallo. Oder hi, wie du es so schön gesagt hast. Hi. Ja, so lassiv. So hi. Und ich bin da. Hallo Jan. Ja, hallo Jan. Ja, wir sind in guter Laune. Ähm... Ja, es sind wieder Dinge passiert, auch wenn die meisten Leute das nicht mitbekommen haben vermutlich. Weil die meisten Leute vermutlich damit beschäftigt sind, Zelda zu spielen. Hm. Ja. Marco hat auch Zelda gespielt und Lukas hat auch Zelda gespielt und vielleicht ist er jetzt gerade dabei, Zelda zu spielen, weil er ist jetzt nicht dabei. Von daher, äh, da ich keine Switch hab, äh, verschieben wir vielleicht das, äh, das Expertengeplänkel auf einen späteren Podcast. Aber sag mal trotzdem, wie ist dieses neue Zelda denn so? Super. Ich hab's vor, 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 vor gerade eine Minute erst gespielt. Der Jan musste mich quasi gerade jetzt von, von Zelda wegzerren, damit ich hier einen Podcast aufzeichne. Ähm, ohne das jetzt zu, ohne Übertreibung tatsächlich. Es ist ein fantastisches Spiel, es ist, ähm, ich, ich sag dazu mehr, wenn, wenn, wenn der Lukas da ist, dann, ähm, können wir das mal ein bisschen gemeinsam zusammenfassen. Ich denk mal, das ist ein bisschen groß. Bist du denn mehr am Basteln oder mehr am Abenteuern? Tatsächlich bin ich viel am Basteln, muss ich sagen. Das Basteln macht schon sehr viel Spaß. Aber ich bin auch viel am Abenteuern, ich bin mehr am Erkunden, muss ich jetzt sagen. Also, jetzt gerade zur Zeit. Aber, ja. Der, der, der kleine Zyniker in mir fragt sich ja immer, ob, äh, ob der ganze Hype um das Basteln herum dadurch kommt, dass die Leute, die jetzt Zelda spielen, alle nicht die ganzen, äh, Bastelspiele, wie, keine Ahnung, Autonauts oder Trailmakers oder sonst was gespielt haben. Oder Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, wo sich Leute damals aufgeregt haben, was das für, für einen Betrug gegenüber der Marke sei. Und, ja, die waren als erste da. Ja, gut, bei Nuts and Bolts war das, die Leute haben ein anderes Spiel erwartet. Also, das war, die wollten ein Banjo-Kazooie-Spiel haben, kein Bastelspiel. Aber Zelda besteht ja nicht nur aus Basteln, das ist halt eines der Elemente, äh, und das sind mehr Rätsel drumherum. Also, es ist nicht so einfach nur, du baust halt irgendwas aus Spaß, obwohl ich das auch tatsächlich mache. Und ich bin auch schon ans Limit gekommen, um das mal kurz zu sagen. Es gibt ein Limit, mit wie vielen Elementen man, äh, gleichzeitig ein, äh, also, man gleichzeitig irgendwo dran festmachen kann. Also, es gibt da ein Limit. Und das Spiel sagt dir dann auch, da kannst du nicht mehr Sachen dran machen. Da war ich traurig. Ich verstehe. Aber es sind sehr, das Limit ist groß. Egal. Aber gut. Ja. Auf jeden Fall super, hast du gesagt. Es ist super. Also, ich kann schon, also, wer, wer, ich weiß nicht, äh, wer mit Breath of the Wild was anfangen konnte, der wird wahrscheinlich, äh, Tears of the Kingdom lieben. Alle anderen schauen mal rein. Ja, außer ich, ich habe immer noch keine Switch. Ich kann, ich kann mich immer noch nicht dazu überreden. Ja. Äh. Äh, äh, äh. 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 Ja. Äh, von daher überlege ich mal grad, wo, 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 wo ich jetzt überleite. Ob ich mit Bastien überleite oder ob ich mit Spielen, zu denen ich nie komme, sie mal durchzuspielen, äh, überleite. Ja, dann Nehmen wir das zweite Was ich tatsächlich Vor einer Weile Durchgespielt habe mal Was auch das erste Mal ist, dass ich es durchgespielt habe Ist Final Fantasy 4 Hast du schon mal davon gehört? Final Fantasy Ach, ich weiß nicht, ist das irgendeine Nischen Spielereihe, ne? Habe ich schon mal von gehört Ja, kann Gut sein, also Teil 4 Mhm, Baumteil 4 Ja, Teil 4, das war der mit Wie heißt das? Wie hieß der Typ nochmal? Cecil Der dunkle Ritter Cecil, der dann irgendwie Merkt, dass Dass das Dunkel im Namen Durchaus Durchaus Eine Bedeutung hat Und er die so Bedeutung nicht so sehr mag Ähm Ja, Leute werden eventuell Mitbekommen haben, dass Vor einer Weile Für Smartphones Pixel Remaster Von Final Fantasy 1 bis 6 Rausgekommen sind Mhm Wo man diese jetzt auch inzwischen Für Playstation 4 und 5 Rausgekommen sind Äh Mit Äh Mit einer Schriftart Hat die Leute jetzt nicht mehr so sehr ärgert Ja Weil vorher war es eine moderne Schriftart Die sich dann ein wenig gekabbelt hat Mit dem ansonsten Äh Äh Relativ authentischen Pixel-Look Des Ganzen Und Ja Und ja Keine Ahnung Ich hatte Ich hatte mir dann jetzt Äh 4 und 6 gekauft Weil An den anderen habe ich tatsächlich kein Interesse Hm Hauptsächlich habe ich Interesse an dem 6. Teil Aber ich wollte dann auch mal in den 4. Teil reingucken Ja warum genau der 4. eigentlich Also 6. ist klar es halt gilt so als das beste Final Fantasy Aber 4 Der 4. ist ja quasi so der erste mit einer Handlung Was vielleicht ein bisschen unfair gegenüber den ersten 3 ist Aber du weißt schon Hm Eine Handlung mit Charakteren und sowas Ja ja Äh Mit einem Protagonisten und mit inneren Konflikten Und mit Sachen Die So Ich würde jetzt mal nicht sagen Nie vorgekommen sind Anno 1900 Ich glaube 90 ist das Spiel in Japan rausgekommen Ich weiß es nicht genau Äh Boah Müsste 90 oder 91 gewesen sein Ja das wird wahrscheinlich so War halt ein frühes SNES Spiel Ja 91 91 91 Okay Ja Ähm Also es war glaube ich nicht das erste mit Äh Einer äh Ich sag mal ausführlichen Story und Charakteren und Motiven Und so einer Sache Aber es war halt Äh So eines der ersten großen Hm Quasi das iPhone Unter Story basierten RPG Spielen Aus Japan Ja Darum wollte ich mal reingucken Und ähm Ja es ist ganz interessant Insbesondere weil ähm Ich meine es ist halt von der Story immer noch relativ simpel Äh vielleicht recht kurz zusammengefasst Du hast halt diesen Cecil der halt der Kommandant ist von äh Von einer der der quasi oberster Käpt'n ist von einer Luftschiffflotte Von einer Armee von äh einem Imperium was nicht so ganz toll ist wie sich herausstellt Und äh nachdem er mit seinem besten Freund äh und Kollegen Kain geschickt wurde Um quasi unwissentlich äh ein Dorf wegzubomben Äh versucht er halt wieder Gutmachung zu leisten Und äh Verlässt seinen Posten und äh Stellt sich gegen das äh Das 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 böse Imperium Und beschützt die Letzte Überlebende des Dorfes Wow Habe ich jetzt auch schon den Namen vergessen Ich guck mal gerade kurz Scheint Eindruck hinterlassen zu haben Äh ich bin nur einfach schlecht mit Namen Ja das sind wir alle irgendwie Äh de 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 Rosa Nein nicht Rosa Rydia Rosa ist auch wichtig Das ist quasi die äh Freundin von Cecil und die Ist sie da Verlobte? Nein nur Freundin Aber halt äh Spielt halt auch eine große Rolle Und war halt auch relativ unikal 1991 dass du Dass du quasi äh Eine Eine Liebesgeschichte Laufen hast in einem RPG Was jetzt nicht irgendwie ein äh Dating Ding war Ja und ähm Äh ja wie gesagt Es ist halt vergleichsweise Eine relativ simple Geschichte Und Äh man merkt das schon Und das ist jetzt halt nicht so Äh quasi wenn man das Spiel heutzutage Das erste Mal spielt Würde ich behaupten Die meisten Leute Sind nicht so sehr überrascht Von den meisten Twists Die passieren Was mich ein bisschen überrascht hat Ist äh Überraschend viele Charaktere sterben Ja Oh Ich kann's lustig finde Äh wie damals äh Spoiler für Final Fantasy 7 Alle einen Buhai darüber gemacht haben Wie äh Wie Ewelf in dem Spiel stirbt Nein Äh Nein Ich wollt's doch gerade noch durchspielen Äh Äh Ja Beim Remake So wie alle ein Buhai darüber gemacht haben Äh Überraschend viele Viele Charaktere Äh Äh Sterben Und tatsächlich auch Die eigene Spielerparty Wechselt öfters Also da gibt's dann öfters Charaktere Die weg sind Oftmals weil sie sterben Oder aus anderen Gründen Und die sind dann Erstmal weg Und manchmal auch für das gesamte Spiel Von daher ist das ganz lustig In Retrospektive Äh Dass da halt da bei Final Fantasy 7 So ein Riesenbuch Heidrum gemacht wurde Ähm Was aber auch in der simplen Story Ansonsten ein bisschen erfrischend ist Ist äh Das Spiel kommt relativ schnell zum Punkt Mhm Also es ist so Es wird nicht über viele Sachen geredet Und du hast Und ich hatte so des öfteren das Gefühl Hey äh Gewisse Gewisse Subplots Und Unterplotstränge Äh Die würden jetzt irgendwie Bei einem modernen Spiel Äh Würde das jetzt irgendwie 4-5 Stunden Zeit einnehmen So Das ist auch oft so Dass dann irgendwie Cecil zu äh Irgendwelchen Leuten hinkommt Und sagt so von wegen Äh Hey Wir könnten Deine Hilfe gebrauchen Und der andere Typ sagt dann Äh Ich vertraue dir nicht Weil du gehörst zu diesem bösen Imperium Und Cecil sagt dann Hey Ich bin nicht mehr bei diesem bösen Imperium Weil ich weiß dass die böse sind Und der andere Typ sagt dann halt Okay So das ist so was ich Was ich meine Das wäre so Das wäre so etwas wo man einen gesamten Plot drüber spannen könnte Aber in gewisser Weise finde ich es halt erfrischend Dass da nicht so Lange rumgeeiert wird Nur damit man im Prinzip auf dasselbe Ergebnis kommt Äh Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal Aber ich fand es ganz angenehm Und das läuft dann auch darauf hinaus Dass du halt auch Äh Trotz dass du Eine Ein ziemlich Langen Und epischen Plot hat War ich in Zehn Stunden fertig Zehn Stunden Also es ist halt auch Äh Quasi für heutige Verhältnisse Ein sehr sehr kurzes Spiel Ja Also gerade für ein Für ein Rollenspiel Vielleicht ein bisschen mehr Zwölf oder so Äh Bleibt kurz Ja 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 Auch wenn Äh Was ich da erwähnen muss Was halt dazu kommt Ist ein Feature Weshalb ich dann jetzt auch entschlossen habe Äh Die beiden Final Fantasys In ihrer Pixel Remaster Version Nochmal zu kaufen Weil ich muss etwas zugeben Über Final Fantasy Ich finde das Gameplay scheiße Oh Zumindest Äh Zumindest von Äh Ja Im Prinzip Allen die ich gespielt habe Bis Zehn Elf hatte ich nicht gespielt Und zwölf hat wieder ein gutes Hat wieder gutes Gameplay Zwölf Zwölf ist ein Spiel Was ich auch vom Gameplay her mag Aber äh Äh Ich mag nicht die Kämpfe in Final Fantasy Ich finde äh Active Time Battle Finde ich Unsinn Äh Mag ich überhaupt nicht Äh Was ich halt bei Final Fantasy mag Ist halt hauptsächlich die Musik Die halt dann auch jetzt für das Pixel Remaster Kannst du halt entweder im Original hören Oder in einem neuen Arrangement So dass das halt äh Orchestral umgesetzt ist Mhm Was halt wirklich ausgezeichnet ist Ich meine die Musik von Final Fantasy ist halt fantastisch Das wissen wir alle Mhm Ja Ähm Und dass du eben die Möglichkeit hast Äh Äh Dein Gameplay zu boosten Das heißt äh Optional Das ist äh Ein bisschen im Menü Im Optionsmenü versteckt Auch erst sobald du ein Spiel gestartet hast Kannst du halt einstellen Dass du äh Bis zu viermal mehr XP Und Geld Und Ja Bekommst Ah Hm Ja hatte ich auch gelesen So dass du halt äh Im Prinzip So gut wie nicht grinden musst Naja Das hatte ich auch gelesen Du kannst auch ja auch zu Fallskämpfer ausschalten Was äh Vielleicht verärgert wird Mhm Ja du kannst auch Das ist auch eine Sache Du kannst halt zu Fallskämpfer ausschalten Du kannst ja halt auch Äh Du kannst ja halt auch relativ Unumständlich zu und ausschalten Was halt auch sehr praktisch ist Insbesondere wenn du halt irgendwie Keine Ahnung Durch einen Dungeon läufst Und äh Äh Du Irgendetwas verpasst hast Und noch gerade zurück willst Und das zu holen Kannst du halt Zufallskämpfer abschalten Und dann kannst du das relativ schnell machen Mhm Und ja Das hilft halt dabei Dass ich das Spiel jetzt auch mal durchgespielt hatte Ich hab's mal vor Ewigkeiten gespielt Über Im Monatorkram oder was auch immer Und dann halt relativ schnell damit aufgehört Weil wie gesagt Ich bin kein Fan vom Gameplay Aber so war's ganz okay Und äh Ich habe tatsächlich meine Zeit mit dem Spiel überwiegend genossen Und äh ja Trotz dass die Story recht simpel ist Äh Ist halt unterhaltsam zu sehen Wie ambitioniert es war Und ich mochte die Charaktere Hm Ja Schön Und das war sehr schön Und äh Ja Jetzt äh Bin ich so hin und wieder Am sechsten Teil dran Und hoffe mal Dass ich das fertig kriege Bis vierzehn rauskommt Wo ich auch nicht mehr so viel Zeit habe Sechzehn meinst du, oder? Drei Wochen oder so Sechzehn meinst du? Sechzehn, Entschuldigung Naja Ja, sechzehn meine ich Ja gut Aber gut Dann werde ich Ähm Ja Final Fantasy 4 werde ich dann auch spielen Ich kriege ja die Switch-Version tatsächlich jetzt Äh Diese Oder beziehungsweise nächste Woche zugeschickt Ähm Als physische Version Da sind alle Teile drauf Und Dann kann ich mich auch Auf Final Fantasy 4 freuen Ah, bist du da dran gekommen Da gab's ja ein bisschen Da gab's ja ein bisschen durcheinander Das war ja Das ist ja glaube ich Äh Jetzt schon so ziemlich ausverkauft Ja, ja Das ist ausverkauft Richtig Kommst du so jetzt auch nicht mehr ran Also Square Enix hatte ja im E-Shop Äh So ein Beschissenes Kontingent Ähm Reingemacht Das war ja nicht zu kriegen Das war ja innerhalb von Sekunden ausverkauft Bei Play Asia gab's das in Drei Wellen zu kaufen Da hatte ich halt eins erwischt Das Und äh Das wird mir jetzt dann auch Tatsächlich zugeschickt Die ersten Exemplare sind glaube ich Schon rausgeschickt worden Anfang Mai Das war die Leute Die die erste Welle abgegrast haben Und ab der zweiten Welle geht das dann halt Pö a pö Jetzt Monat für Monat Kriegt man dann halt Neue äh Versionen zugeschickt Aber da dürfte es wahrscheinlich Jetzt auch ausverkauft sein Ich verstehe In dem Fall Herzlichen Glückwunsch Ja War schwierig Aber zum Glück auch nicht Zu diesen horrenden Preisen Wie Square Enix Also zumindest für diese Super duper Version Da haben wollte Aber ja gut Kam ich noch irgendwie dran Ja Ist ein bisschen ärgerlich Wenn sich Publisher so komisch anstellen Ja Ist ja nicht so Als würden es nicht Leute kaufen Wenn es verfügbar wäre Naja das ist Ja Ich finde es auch manchmal ein bisschen komisch Die Sachen so zu limitieren Oder so schwierig zu kaufen machen Dann sagen die Publisher dann auch Ja die Leute wollen nur digital kaufen Weil kauft ja keiner Ja Stellt ein bisschen mehr Leute Per physische Version her Dann kaufen wir die ja auch Das ist Ich meine da wäre ich jetzt tatsächlich Die Ausnahme gewesen Weil wie gesagt Ich hatte jetzt kein Interesse An Final Fantasy 1 Bis 3 Und auch nicht an 5 Weil bei 5 habe ich gehört Dass da die Story halt wieder Sehr zurückgefahren wurde Dass da nichts allzu interessantes passiert Ja 6 soll ja super sein Also das habe ich noch nicht gespielt Ja ich meine 6 hatte ich auch schon mal In der Vergangenheit gespielt Und da war ich halt auch sehr angetan Von der Story und von der Musik Und Ja gut Was hast du denn sonst noch gespielt? Ja Das andere Was ich gespielt habe Ist Was ich sehr mag Und was dann Eventuell so mein Zwischending ist Was potenziell ein Kandidat ist Für mein Spiel des Jahres Ist Humanity Ah habe ich schon gehört Ja Auch ein Spiel Bei dem ich viel gebastelt habe Bisher Ja das ist auch so Lemmings artig Ne Sozusagen Ja Es gibt Es gibt so eine Art Story Aber die ist nicht unbedingt wichtig Was halt das Spiel Hauptsächlich ist Ist halt So ein bisschen ein Ich sag mal Esoterisch designtes Puzzlespiel Das Es greift halt sehr zurück Zu dem Zu der Ästhetik von Playstation 1 und Playstation 2 Spielen Aus der Zeit Wo wir halt so Sachen bekommen haben Die wir sonst nicht bekommen hätten Aus Japan und so Die so ein bisschen Die so ein bisschen Normalerweise Nischenmarkig wären Oder sehr speziell wären Aber halt trotzdem draufgeschmissen wurden Weil Damals war es noch relativ einfach Anscheinend alles zu publishen Und halt insbesondere etwas Was mich von der Ästhetik Sehr an so Sachen erinnert Wie IQ Beziehungsweise Kurushi Falls du das kennst Das sagt mir jetzt gar nichts Okay Ein PS1 Puzzlespiel Oder Devil Dice Falls dir das etwas sagt Ja gut Playstation 1 Ne Da bin ich tatsächlich Nicht ganz so bewandert drin Na gut Ist lange her Naja Aber auf jeden Fall Du spielst Als ein Hund Ein Shiba Inu Der Massen von Menschen Ins Licht führt Was bedeutet Dass du ihnen Befehle geben musst Sodass sie durch Diverse Stages Navigieren Was Dann tatsächlich So zum Anfang Halt recht ähnlich Zu Lemmings ist Weil Ja Die Leute tendieren halt dazu Irgendwelche Klippen runterzufallen Oder was auch immer Wenn du ihnen nichts anderes sagst Von daher musst du sie Entsprechend Korrekt navigieren Was aber Meiner Meinung nach Das ist was Humanity Sehr ausmacht Und was es sehr interessant macht Ist In dem Was sie da Gestaltet haben Ist es Trotzdem unglaublich Abwechslungsreich Also Ja du hast Anfangs Anfangs hast du so das Gefühl Ja es ist Lemmings in 3D Aber halt besser als Lemmings 3D Auch ein Playstation 1 Spiel Ja das kenne ich noch Was aber ziemlich fürchterlich war Die Also die Portierung in 3D War nicht sehr gut Das hier ist dann schon Sehr viel besser Aber Dann werden halt Neue Elemente Eingeführt Die das Spiel dann Durchaus teilweise Ein bisschen anders machen Ein Element zum Beispiel Was dann dazu kommt Ist dass du Levels hast Mit einem Startknopf Sozusagen Das heißt Wenn du anfängst Ist Ist quasi Die Zeit eingefroren Und du musst quasi Alle deine Befehle Die du Den Leuten gibst Musst du im Voraus planen Weil sobald du Quasi auf diesen Anknopf gehst Und die Zeit startest Dann Dann kannst du nicht mehr Mit der Welt interagieren Dann kannst du nur noch sehen Was bei deinem Plan Herausgekommen ist Was wie man sich denken kann Die Dynamik von dem Ganzen Dann wieder sehr ändert Und Genauso kommen dann später Gegner Hinzu In Anführungsstrichen Gegner der Leute Die du durch die Gegend Führst Und dann Wird's manchmal Zu so einer Art Taktische 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 Echtzeit Strategiespiel Aber halt trotzdem Mit diesem Puzzle Element Und Es ist halt Es ist halt gefühlt Ein relativ simples Design Aber es ist halt quasi Zum Maximum ausgeführt Also Du kannst alle möglichen Sachen Damit machen Und was halt Ein großes Element Davon ist Es kommt halt Direkt mit einem Ziemlich einfach zu bedienen Aber dann Dennoch recht Umfangreichen Level Editor Wo Wie ich schon vorhin Kurz mal gesagt Habe ich schon Sehr viel Ambassion war Und was mir auch Sehr viel Spaß macht Tatsächlich Dann auch immer Sehr interessant Wenn du irgendwie Levels für Puzzlespiele Erstellst Ist das immer Eine interessante Erfahrung Weil Das schwerste Bei Puzzlespielen Ist irgendwie Ein Level zu machen Was tatsächlich Einfach ist Aber halt nicht Aber dann halt auch Nicht wieder zu einfach Wenn du verstehst Was ich meine Ja Spaßig Weil wenn du dir Ja genau Weil wenn du dir Irgendwie ein Rätsel Ausdenkst Ist halt Du weißt dann halt Wie die Lösung ist Und du denkst dann halt Äh Das ist ja halt Eventuell ist das Zu einfach oder so Und das ist tatsächlich Ziemlich schwer Auszuknümmen Ein Level zu machen Was wirklich Was wirklich Leute verstehen können Die nicht in deinem Gehirn sind Sozusagen Also Und 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 Das ist Das ist ein spaßiges Ding dabei Abgesehen davon Halt Dass sich das Äh Dass sich das Alles halt Relativ einfach Steuern lässt Und auch eine ganz Gute Community Schon hat Es gab ja Eine relativ lange Beta Für einen Monat oder zwei Beziehungsweise Eine Demo ist Rausgekommen Die quasi so Mehr oder weniger Eine Beta war Mit ein paar Mit ein paar Levels von der Kampagne Und dann halt Diesem Diesem Level Editor Und ähm Ja das ist dann Halt auch schon Die Sache Diverse andere Leute haben Dann auch schon Sehr viele Verschiedene Sachen Gemacht um quasi Das Spiel Äh in andere Sachen umzumodeln Äh ja Ich persönlich Habe zum Beispiel Letztens ein Äh Level Gemacht Wo ich quasi So ein bisschen Tatsächlich Zelda imitieren Wollte In Form der 2D Dungeon Levels Oh Cool Äh wo Wo es dann Wo man dann Wo ich dann Tatsächlich Äh Äh wo man dann Tatsächlich rumrennt Und ein bisschen Mit anderen Leuten Kämpft Und wo ich mir Dann etwas Rudimentär Ausgedacht habe Was halt so Zelda üblich ist Diese Diese quasi Puzzles Weil du Items Finden musst Und habe versucht Das in das Spiel Zu übersetzen Und ja Da gibt es halt Sehr viele Leute Die halt schon Sehr viele interessante Sachen machen Die dann halt auch Anscheinend Äh Äh Die Macher Teilweise überraschen Mit was man überhaupt Machen kann In den Grenzen Des Spiels Und ja Es ist halt einfach Ähm Es ist halt einfach Ein super designtes Spiel In seiner Schlichtheit Es ist angenehm Designed Das ist von Enhanced Das sind die Leute Die Äh Tetris Effect Gemacht haben Und die dann halt auch Ähm Wo dann halt auch Äh Tetsuya Mitsuguchi Heißt ja glaube ich Involviert ist Der halt Äh Res gemacht hat Und Luminous Wo es dann Äh Wo es dann auch Äh Wo es dann auch Äh Diverse Remaster gab Was das Spiel auch noch hat Ist ein VR Modus Aber den kann ich nicht ausprobieren Weil Ich hab's für die Playstation Ich hab kein Playstation VR 2 Ah Soll wohl ganz nett sein Aber Nichts so interessant Und ja Braucht man nicht Aber ist ganz nett Dass es dabei ist Aber ja Ich bin Sehr angetan Von dem Spiel Ich werde wahrscheinlich Noch sehr viele Levels basteln Ich bin mal gespannt Ob ich da an das Äh Limit komme Von äh Ich glaub bisher Darf man maximal 20 Levels hochladen Auf den Server Mal gucken Ich hab bis jetzt Ich glaub 5 Oder 6 Du hast ja auch ein bisschen Platz Und ich sollte auch mal Die Kampagne fertig spielen Das ist halt dann auch so Ja Und ich muss halt auch mal Die Kampagne fertig spielen Äh Wo dann auch wieder interessante Sachen Bei rumkommen Aber ja Ähm Ne Gefällt mir Gefällt mir sehr sehr gut Kann ich extrem empfehlen Ist vermutlich ein Spiel Was bei mir ganz oben Auf der Topliste Am Ende des Jahres sein wird Ja Ähm Ähm Ja und dann noch zuletzt Ganz kurz Äh Am Samstag war's Hab ich Quasi Komplett Planet of Lana Gespielt So sagt dir das etwas Planet of Lana Das klingt so wie Auf Mana Genau Äh Planet of Lana Sagt mir jetzt gar nichts Ich guck mir mal ein paar Bilder an Ähm Ah ja Es ist ein Äh Ein sogenanntes Wie nennt man das Cineastisches Äh Plattform Puzzle Spiel Mhm Also ähm So etwas wie Inside Oder Limbo In dem Fall Äh Nicht ganz so Morbid Wie Inside Oder Limbo Ähm Aber halt Eine Ein schönes Spiel Es hat halt Ein sehr Äh Es ist halt Optisch sehr Ansprechend Weil es halt So einen Gewissen Pseudo Äh Wasserfarben Look hat Es ist alles In 3D Aber es sieht halt Alles so ein bisschen Aus wie Wenn es mit Wasserfarben Gemalt wurde Hat so ein bisschen Diese Diese Pinselstriche Und so im Look Mhm Und halt auch Äh Sehr eporal Ein Science Fiction Design Entschuldigung Du wolltest fragen? Ja ich wollte nur Nach Wasserfarben Sieht es jetzt Nicht aus Dafür sind die Farben Viel zu kräftig Ähm Es sieht sehr Gezeichnet aus Das stimme ich zu Aber nicht nach Wasserfarben Okay Okay Ölfarben vielleicht? Ja Ölfarben Ja ja Da würde ich mit Ja ja Okay Dann halt Dann halt Ein Ölfarben Look Bin ja zu Ich bin ja zu Kompromissen bereit Äh Und ja Ich meine Äh Ja wie gesagt Es ist halt Es ist halt so ein Spiel Was in diese Sineastische Richtung geht Das heißt halt So äh Etwas gemächliches Aber sehr präzises Plattformen Halt diverse Rätsel Wo man sehr viel Kisten Und sowas rumschieben muss Äh In der Story geht es halt darum Du spielst halt als Lana Der Ein Mädchen Der den Planeten Nicht gehört Aber auf dessen Aber wo sie auf einem Planeten lebt Der nicht die Erde ist Und da lebt Und da lebt sie halt In so einer Äh Relativ simplen Kommune Und die wird angegriffen Von Äh Komischen Robotern Die alle Leute entführen Inklusive deiner Schwester Meiner Schwester Und da machst du dich Naja Nicht deiner Schwester Lanas Schwester Ja ja Äh Immer das typische Protagonisten-Syndrom Bei Spielen Mhm Äh Und ja Du begibst dich Auf eine lange Reise Um sie wiederzufinden Und um Äh Etwas gegen diese Komischen Roboter zu tun Und eventuell Um herauszufinden Was das alles So auf sich hat Hm Und ja Ähm Im Prinzip kann ich nicht So viel zu sagen Mir hat's gut gefallen Mir gesagt Es ist ein recht kurzes Spiel Man hat's in 4-5 Stunden durch Äh Äh Es ist Eines von denen Halt Mir hat's nicht ganz so gut gefallen Wie jetzt zum Beispiel In Inside Mir hat's besser gefallen Als sein Little Nightmares Weil bei Little Nightmares War halt diese ganze Äh 3D Navigation Teilweise nervig Aber ich mach dir aber Little Nightmares Aber Ich mein Ich moch das im Endeffekt Auch Aber Tatsächlich Äh Planet of Lana Ist für mich das rundere Paket Wenn ich's vergleiche Äh Was halt auch Ein bisschen damit zusammenhängt Dieses Diesen Jank Ich muss immer noch Äh Little Nightmares 2 spielen Ebenso Apropos Viele Spiele Zu denen ich nicht komme Sie mal fertig zu spielen Beziehungsweise Sie überhaupt mal anzufangen Obwohl ich hab die Demo gespielt Das zählt vielleicht von Little Nightmares 2 Ähm Ja aber auf jeden Fall Ähm Das ist halt so die Sache Ich kann nicht Ich Ich hab nichts Ich hab nichts wirklich zu meckern Darüber Ich kann's sehr empfehlen Halt für Leute Die diese Art von Spielen mögen Sollte man sich das mal Definitiv ansehen Oh ist gut Sehr schön Passenderweise Wenn man Xbox oder PC hat Ist es halt auf Game Pass Oh Was dann auch die Frage Nach dem kurzen Spiel Ein bisschen relativiert Mhm Werden man nichts für bezahlen muss Aber Hm Tatsächlich Tatsächlich spiele ich da Mit dem Gedanken Ist dann mal Vielleicht nachträglich Ja mal schauen Keine Ahnung Keine Ahnung Gut Mal gucken Sobald es aus dem Service Rausfliegt Ähm Apropos Service Äh Nein Eigentlich nicht Apropos Hm Äh Überleitungen sind nicht deine Stelle Apropos Spiele Schätze ich Weil mir jetzt nichts Ne Heute nicht Apropos Spiele Weil mir nichts besseres einfällt Äh Es wurden auch Diverse Spiele gezeigt Es gab äh Zwei Äh Beziehungsweise die Nicht E3 Saison startet Um es mal anders zu sagen Ja ne Das ist krass Wir haben auch in dieser Woche Wieder Events Mhm Äh Und die ersten Events Haben schon stattgefunden Äh In Form von Einem Event von Dem Publisher Marvelous Ja Und in der Form Von einem Event Von dem äh Konsolenhersteller Sony Man hat eventuell Von beiden gehört Tatsächlich äh Marvelous Ist jetzt nicht unbedingt Habe ich jetzt nicht sehr viele Spiele von denen gespielt Äh Ich glaube die haben die Dings rausgebracht Die ähm No More Heroes No More Heroes Genau Rune Factory Und Genau richtig Äh Die haben auch die Lizenz dafür Ja Rune Factory ist nicht ganz so meins Aber äh Aber du hast Du hast mir glaube ich gesagt Dass ein neues angekündigt wurde Richtig Nicht nur eines Also es ist äh Die haben Ja gut da fangen wir mit den Marvelous Game Showcase 2023 an Die haben halt nicht sonderlich viel gezeigt Ich meine Marvelous ist ein kleiner Publisher Die machen auch viele andere Sachen Äh Cops Party Die haben die San Fran Kagura Spiele rausgebracht Und Relativ viele japanische Titel Und Die haben halt Einen eigenen Game Showcase Rausgebracht Oder veröffentlicht In einem Stream Den konnte man Äh Verfolgen Fand ich relativ cool Also die haben Ein paar Ich glaube so 6-7 Spiele Vorgestellt Die hatten Am Anfang noch so Von Loop 8 Noch äh Äh Ja Trailer gezeigt Aber das Spiel erscheint ja Jetzt demnächst Und dann haben sie Nur noch neue Spiele Vorgestellt Und der erste Titel war Fashion Dreamer Und zu jedem Spiel Das sie vorgestellt hatten Haben sie auch Einen der Entwickler Beziehungsweise Einen der Produzenten Eingeladen Der Äh CEO von Marvelous Äh Sato Äh Ich weiß gar nicht wie wir damit vornamen Also Mr. Sato Sato Der hat halt dann die Leute Mal ein bisschen interviewt Und bei Äh Fashion Dreamer Hatten sie den Yoshida Der ist Der Präsident von Äh Entwicklerstudie gewesen Von Äh Influencer Game So heißen die Äh ne Nicht Influencer Äh Das war meine Notiz Dafür Dass das Ähm Den Ja super Ich hab jetzt den Namen Des Studios Nicht ganz im Kopf Aber es ist halt ein kleineres Studio Und äh Ja Fashion Dreamer ist Wie der Name es vermuten lässt Da spielt man Quasi einen Influencer Und Man muss Leute einkleiden Und kriegt für das Einkleiden Kriegt man Likes Ähm Ist halt Jetzt überhaupt kein Spiel für mich Oder für dich Jan Es ist Äh Ich glaube Ja Es sieht optisch ganz nett aus Ich weiß jetzt nicht genau Ob das überhaupt Äh Eine große Fanbase bekommt Aber Wer weiß Keine Ahnung Ich fand es nur interessant Als der Sato das Spiel vorgestellt hatte Also der CEO von Marvelous Er hat gesagt Ah Hier kommt ein Spiel Das äh Sie noch nie zuvor gesehen haben So richtig schon Überschwänglich Und der Äh Ja der Präsident von dem Entwicklerstudio Der hat da gesagt Ja Er sieht das ein bisschen anders Äh Ja ich meine Gab es nicht Dutzende Spiele Für Für hier Germany's Next Topmodel Und so War das dann Ja 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 Du musst die Leute einkleiden Genau so Aber ich fand es halt lustig Dass der Entwickler dem dann halt Widersprochen hat So mit meinem Stream So Ähm Ja ich sehe das ein bisschen Anders Er hat ein bisschen Kleinere Brötchen Gewangen hat Er hat sich aber Wahnsinnig gefreut Dass Mr. Sato Das Spiel so gefällt halt Dass es das Spiel Interessant findet Egal Ähm War halt jetzt kein so Spannendes Interessant Spiel Das nächste Spiel war Deutlich interessanter Da haben sie ein Neues Rollenspiel Vorgestellt Wo man noch nicht Viel gesehen hat Nur ein paar Zeichnungen Ich weiß noch nicht Was für ein Spiel es ist Nur dass es halt sich Um ein Rollenspiel handelt Aber das Interessante Daran ist Dass Hiro Mashima Daran beteiligt ist Das ist der Zeichner Von Fairy Tail Und Eden Zero Also ein richtiger Mangaka Der jetzt hier Die Charakterdesigns Macht Könnte also Ein gutes Spiel werden Das heißt aktuell Nur Project Magia Keine Ahnung Mal gucken Worum es gehen wird Wenn es mal da ist Ähm Ein weiteres Spiel Das wo wir Nichts gesehen haben War Project Life is RPG Da hat man Ein paar Ja so Konzeptzeichnungen gesehen Sieht sehr bunt aus Sieht schick aus Also da das RPG im Namen steht Denke ich mal Dass es ein Rollenspiel wird Kann ich nicht sagen Dann kamen mal Bekannte Spiele Das klingt so ein bisschen Wie Äh Da gab es doch Da gab es doch Gab es da nicht Äh Äh Ich weiß gar nicht mehr Wie lange das her ist So ein Spiel namens Fantasy Life oder so Ja Vielleicht geht das in die Richtung Kann durchaus sein Ja Was so ein bisschen halt Ein RPG war Aber du konntest Äh Mehr oder weniger Entscheiden was für Was für eine Art Charakter du bist Und Konntest dich auch Für mundanere Sachen Entscheiden Irgendwie sowas Ja Also Wie gesagt Die haben jetzt da Nicht viel gezeigt Tatsächlich Also die hatten da Hauptsächlich dann Das Interview mit dem Äh Noch mit dem Äh Mit dem Entwickler Oder beziehungsweise Dem Äh Teamleiter Tetsu Suzuki So hieß der Typ Aber Viel war jetzt Nicht zu sehen Tatsächlich Äh Beim Nächsten Spiel Das kennen wir Tatsächlich Das ist Story of Seasons Und da haben sie direkt Zwei Spiele vorgestellt Äh Zuerst Äh Haben sie Ja Ein klassisches Ähm Story of Seasons Vorgestellt Da haben sie auch Ein bisschen Gameplay gezeigt Beziehungsweise Gameplay Optik Also es war ja alles So vorgerendert Also richtiges Gameplay Hat man da nur so Ganz kurz in Ausschnitten Gesehen Äh Es sind wieder Kühe Hühner Schafe Da Es sieht alles putzig aus Also es ist optisch Tatsächlich sehr sehr schön Vielleicht zur Erinnerung Für andere Weil ich mich selber Gerade daran erinnern musste Story of Seasons Ist Harvest Moon Ist das richtige Harvest Moon Ja Im Gegensatz zu den Harvest Moon Spielen Die von Den Nicht Original Entwicklern Von Harvest Moon Gemacht wurde Und von denen ich gehört habe Dass sie alle nicht sehr gut sind Die letzten paar Richtig Richtig Das haben die tatsächlich Da auch Also gut Die haben jetzt nicht gesagt Dass die Harvest Moon Spiele Jetzt scheiße sind Aber die haben halt Äh Nochmal kurz die Serie vorgestellt Äh Zeit 1995 Da kam das erste Harvest Moon raus Und dann die einzelnen Harvest Moon Teile Bis es dann Irgendwann Story of Seasons wurde Weil die hatten Nicht mehr die Lizenz Für Den Namen halt Ne Also für Harvest Moon Deswegen Und das ist dann ganz interessant Haben sie dann Harvest Moon Durften sie Haben sie dann Harvest Moon Gesagt Oder haben sie gesagt Äh Die haben Populäre Bauern Serie Von Ne Ne 1995 Äh Gut die haben jetzt nicht Harvest Moon gezeigt Äh Gesagt Die haben halt Bokuju Monogatari gesagt Klar weil das so hieß Ähm Aber die haben halt Also die haben die auch Die einzelnen Logos gezeigt Also da stand dann halt Auch Harvest Moon Okay Und die alten Titel Also das Die haben auch Gameplay Von den alten Also die haben so ein bisschen So ein Historien Video Gemacht gehabt Das ist so ein bisschen Gezeigt wie sich das Entwickelt hat Und das neue sieht eigentlich relativ Ja Solide aus Ich gehe mal davon aus Für die Leute die gerne Story aus diesen Spielen Für die wird das was sein Es kommt allerdings noch Zweites Ich schätze da musst du wirklich Irgendwie ein Experte sein Um irgendwie bei so Harvest Moon Und bei so Quasi Farben Bauern Simulatoren zu sagen So was das Besondere ist So Kannst jetzt automatische Melkmaschinen kaufen Oder irgendwie sowas Ja Keine Ahnung Vielleicht ist das neu Weil ich habe ja keins Davon geschrieben Die haben ein paar Features Vorgestellt Es gibt jetzt da auch Verschiedene Jahreszeiten Aber die gab es wahrscheinlich Auch schon vorher Ich weiß es nicht Ich meine das schon mal Gehört zu haben Ich meine ich bin auch nicht In den Harvest Moon Spielen drin Aber ich bekomme halt Das mit Und ich meine Soll jetzt auch nicht Abfällig sein Aber es ist halt Dann halt diese Sache Ich glaube Harvest Moon Hat halt So sein Sein Ding Schon seit Jahrzehnten Ausgeklügelt Und von daher Sind dann glaube ich Die Neuerungen Alle sehr in den Details Ja Und Jahreszeiten Wird es mit Sicherheit gegeben Ich meine es heißt Story of Seasons Also Wenn da vorher Keine Jahreszeiten drin waren Dann wäre das Blödsinn Ja Der zweite Genau Und die haben noch Einen zweiten Titel vorgestellt Das ist dann Ein Ja Ein Spin-off Kein Original Story of Seasons Sondern Story of Seasons Mit einem Weiteren Titel Und Das soll dann eher So ein Multiplayer Fokus haben Soll man sein eigenes So eine eigene Ranch Äh Ranch Ne Wer nennt man das Farm Farm aufbauen Und Ich meine Eventuell auch eine Ranch Ranch ist Ranch ist Wenn Farm Aber nur Tiere Ja Irgendwas davon Also man kann sich Irgendwas aufbauen Und das Mit anderen Also Multiplayer mäßig Ist vielleicht Interessant Ich weiß es nicht genau Ich bin da jetzt Nicht so Drin Ja Ähm Ja so wie es bei Ähm Story of Seasons Zwei Titel gab Gab es auch bei Der nächsten Reihe Zwei neue Ankündigungen Und zwar von Rune Factory Und ähm Ja gut Ich stelle jetzt erstmal Den zweiten Titel vor Weil davon war So gut wie gar Nichts zu sehen Weil das ist nämlich Einfach der neue Teil Rune Factory 6 Da hat man nur Das Logo gesehen Mehr haben sie nicht Gezeigt Ähm Wird aber wahrscheinlich Ein solides Äh Wie sie gesagt haben Westliches Rune Factory Das andere Was sie vorgestellt haben Wird ein östliches Rune Factory Und das heißt Äh Wo habe ich mir den Namen Denn jetzt hier Aufgeschrieben Das war Irgendwas mit Äh Rue Also irgendwas mit Drache Runokuni Rune Factory Also sowas wie Drachenland Rune Factory Und das Sah sogar Tatsächlich Jetzt fährt hier Irgendwas fettes Vorbei Sorry Im Gegensatz Zu Den ganzen Wie heißt das Kranken Krankenwagen Höre ich das Jetzt tatsächlich Nicht Ah Okay Gut Dann Ähm Hat das keiner Gehört hier Okay Ähm Ja Äh Dieses Drachen Rune Factory Das sah Fantastisch aus Also das hat mich Total angesprochen Also es hat Äh Diese klassische Anime Optik Natürlich Äh Von Rune Factory Mein Rune Factory 5 Ist jetzt noch gar nicht so alt Also Das ist also eine Freundin von mir Spielt die Teile gerne Deswegen kenne ich mich da Ein bisschen aus Man hat ja auch ein bisschen Mit Farming und so weiter Zu tun Aber da hat man noch Rollenspielelemente dabei Also man kämpft auch Äh Kune Dungeons und so weiter Und in diesen Ähm Drachen Rune Factory Weil ich jetzt nicht immer Rune no Kuni Rune Factory Sag ich jetzt Drachen Rune Factory Da sieht man halt Äh Zwei Figuren Eine männliche und eine weibliche Und die halt sehr asiatisch Gekleidet sind Die reiten auf Drachen Und die scheinen sich zu bekämpfen Also die Die reiten auf chinesischen Drachen Und Die Äh Ja Es hat eine Äh Fernöstliche Optik Das heißt Man sieht viele Kirschbäume Und die haben auch ein bisschen Da vom Farming gezeigt Und das sieht Äh Ein bisschen anders aus Also es Ähm Halt japanisch Es ist sehr sehr japanisch Von der Optik her Hat mir sehr gut gefallen Und Ich weiß nicht Vielleicht will ich es doch Irgendwann mal spielen Auch wenn ich Mit Farming Kann ich mich Auch mit anfreunden Aber ich war jetzt nie So ein großer Freund Von Äh So Wirtschaftselementen Gerade in Rollenspielen Aber Äh Das hat mich schon irgendwie angesprochen Fand ich sehr sehr Interessant Also Was Was du dir mal angucken kannst Wenn du daran interessiert bist Äh Entschuldigung Dass ich jetzt ein wenig vom Thema Ja ja Aber es bleibt ja im Thema Äh Was ich da mal empfehlen kann Was ich ganz interessant Fand War Äh Moonlighter Hast du das mal gespielt Moonlighter? Ja Äh Moonlighter ist quasi so ein Zelda-artiger Dungeon-Crawler Mhm Und die Prämisse ist halt Du hast halt quasi So eine Art Item-Shop Ah ja Ich sieh Und du gehst halt In die Dungeons Um die Items zu finden Mhm Und äh Da gibt's halt so Ein bisschen interessante Dynamiken Halt die erste Dynamik halt Äh Welche Items willst du für dich selber behalten Und welche willst du verkaufen Und dann halt auch noch andere Dynamiken So von wegen Wie weit gehst du in den Dungeon rein Weil Falls du stirbst Kannst du eventuell alles verlieren Und dann kannst du wieder Dein Zeug nicht in den Lärden verkaufen Und so weiter Äh Ja Das ist Das ist vielleicht mal Das ist vielleicht mal Ein Spiel Wenn du da so Äh Semi dran interessiert bist Aber du dich noch nicht ganz rein traust Das ist so ein bisschen so So Ein 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 Zelda Ein Wirtschaftszelda quasi Ich fand's ganz nett Ja Also Das was ich jetzt so sehe Das ist Das Sieht okay aus Aber Ja Ich Vielleicht schau ich mal rein Mal gucken Ja Ähm Es wurde Noch ein letzter Titel vorgestellt In der Marvelous Game Showcase Äh Den hatten sie am Anfang noch Mit so einem Geheimnis gesagt Also man sieht am Anfang nur so Ja So eine Art Mecca Sehr viel Rot So richtig Dingen Und es ist Äh Tatsächlich Eine Fortsetzung von Demon Ex Machina Und das heißt Demon Ex Machina Titanic Sion Jetzt war ich kein Spieler von Demon Ex Machina Ich dachte das wäre jetzt Nicht so erfolgreich gewesen Aber die machen da aufsichtig Eine Fortsetzung von Äh Ich glaub Ich Ich glaube es hat die Leute Sehr gespalten Manche haben es sehr gemocht Und manche nicht so sehr Weil es so ein bisschen Ich glaub viele Leute Die generell so Mecha Action Spiele mögen Für die war es nicht Ganz so das Was sie wollten Kann gut sein Aber es hatte interessantes Arcade Gameplay Äh ich glaub es hat die Leute Ein bisschen gespalten Ich bin mir nicht Hundertprozentig sicher Aber Äh ich habe sowohl Sehr negatives Als auch sehr positives Von gehört Ja ich hab bisher Nicht wirklich Ich hab eher so Gemischte Sachen gehört Also nie wirklich was Herausrag Positives Eher negatives Deswegen hab ich mir das Nie näher angeguckt Also ich mein ich hab Schon mal Trailer davon gesehen Und auch Gameplay Aber hat mich jetzt Nicht so abgeholt gehabt Also Scheint aber Gefragt gewesen zu sein Dass die den zweiten Teil machen Ja ähm Ja das war's schon Mit der ganzen Marvelous Game Showcase Also die haben nicht viel vorgestellt Wie gesagt für mich Das Highlight war Dieses Runucuni Rune Factory Also wer sich das mal Einfach mal anschauen Möchte Der sollte sich mal Den Trailer dazu angucken Also am besten nach Rune Factory Marvelous Game Showcase Googlen Da sieht man dann den Trailer Das sieht echt interessant aus Also wer so Ja so die Thematik mag Für den könnte das Was sein Ja Und das war's dann Mit Marvelous Ja Dann äh Würde ich sagen Machen wir direkt weiter Mit Sony Mhm Die hatten halt Ihr Event Und auch ein Äh Event mit Recht hohen Erwartungen Und Gerüchten vorab Äh Gerüchten Die sich teilweise Tatsächlich dann Äh Fast schon unüberraschend Bewahrheitet haben Aber halt Trotzdem Äh Spannend sind Äh Ich habe das hier schön Äh Chronologisch aufgelistet Und ich glaube wir gehen das mal einfach durch Insbesondere weil Es wird auch ein paar Spiele geben Wo wir glaube ich beide nicht so viel zu erzählen haben Oh ja wahrscheinlich bei vielen Zum Beispiel Dem ersten Spiel namens äh Fair Game Dollar Beziehungsweise Fair Games Aber das ist ein Dollar Zeichen Weißt du Ja Äh Ja es ist stylish Äh es ist äh Ja das äh CGI Ding es sieht so aus wie äh Wie heißen diese Spiele nochmal Ähm Games as a Service Äh Quasi diese Bank Na ja auch Aber hat diese Banküberfall Simulatoren quasi diese Multiplayer Dinger Payday Ja Heist Game Achso ja Äh Ist halt so ein Heist Spiel Ne also Ja ja Äh Aber Games as a Service Online Multiplayer Ja ja Es ist Äh Ist schon rausgefallen So ein bisschen Ja ja Äh Kommt neben Playstation Auch für PC raus Äh Gezeigt wurde nur ein CGI Trailer Ja Das ist leider etwas was sich des öfteren Wiederholen wird Äh Bei diesem Event Äh Wo aber von Gameplay gezeigt wurde Was ich ganz interessant fand Ist Helldivers 2 Ja ja Äh Ein Multiplayer Third Person Shooter Manche erinnern sich an Helldivers 1 Und wenn sie an Helldivers 2 sehen Werden sie vielleicht überrascht sein Weil äh Helldivers 1 War ein Top Down Shooter Und Helldivers 2 Ist ein Third Person Shooter Ja Ist Schon fast ein ganz anderes Spiel Aber ich fand Äh Ja ich Ich fand die Einführung Ich meine Die haben sich sehr viel von Starship Troopers geklaut Irgendwie Was ich Was ich jetzt nicht schlecht fand Aber Aber es ist auch tatsächlich Äh Es ist auch tatsächlich Äh Helldivers 1 War auch So ein bisschen Äh Sarkastisch Und äh Sarkastisch Imperialistisch Von wegen Man kämpft für die Armeen von der Supererde Die äh Demokratie und alles zu Alienplaneten bringt Indem sie auf Aliens schießen Mhm Ja Äh Sah Irgendwie Ganz nett aus Auch Wurde Sehr viel Äh Vorgerendertes Natürlich gezeigt Äh Gerade so der Anfang Äh Fand ich aber Von der Szenerie Und von der Thematik her Tatsächlich Äh Ja ganz nett Also War jetzt nicht Nichts schlechtes dabei Ja Wurde auch Gameplay gezeigt Äh Könnte durchaus sehr nett werden Äh Äh Ich weiß nicht Ob ich spiele Weil Ist halt sehr Multiplayer fokussiert Da spiele ich nicht so viele Spiele von Aber Äh Na schon Hat einen ganz guten Eindruck gemacht Jaja Jaja Genau Äh Als Als nächstes Hatten wir Immortals of Avenum Was Äh Aveum Entschuldigung Immortals of Aveum Was Äh Ein Spiel ist Wo ich schon In den letzten Wochen Des öfteren Trailer gesehen habe Äh Ich warte immer noch Auf einen Trailer Äh Wo Mich das Gezeigte interessiert Ja Es wurde Gameplay gezeigt Es ist ein schnelles FPS mit Magie Kram Aber Ich weiß nicht Es Es macht mich nicht wirklich an Ja Ich 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 finde es gut Dass die halt ein anderes Setting haben Für jetzt mal Also Ich meine es gab auch schon Ego Shooter Mit Magie und so weiter Wir denken ja an Hexen Und noch ein paar andere Titel Aber tatsächlich hat mich das jetzt auch Nicht so angemacht Äh Ist ein E-Ray Originals Titel Und kommt von Ascendant Studios Ja Ich Ich Mehr als sagen kann Dass es ein Shooter mit Magie ist Kann ich auch nicht Also Ja Hab mich jetzt nicht so Es soll auch Eine richtige Story haben Das haben sie noch gesagt Aber Ja Toll Ja Ja Keine Ahnung Ich kann mich auch einfach nicht für interessieren Ich kann noch nicht mal genau sagen Warum Ich finde das Design nicht so interessant Und keine Ahnung Naja Was ich tatsächlich Vielleicht noch kurz erwähnt Immortes of Avium Kommt dann Am 20. Juli bereits raus Und tatsächlich auch für so ziemlich alle Systeme Ich glaube nicht für Switch Aber halt Xbox Series, PC und Playstation 5 Äh Was mich tatsächlich mehr interessiert Äh Wo ich auch positiv überrascht war War Ghostrunner 2 Äh Da fand ich den ersten Teil sehr nett Ist halt Äh Mehr so eine Art Plattform und Speedrun Fokussiertes Actionspiel Sozusagen Es geht halt quasi darum Dass du halt die ganze Zeit Geschwindigkeit aufrechterhältst Und so weiter Und äh Ja Ghostrunner 2 Ist mehr von demselben Aber es hat jetzt auch Levels Wo man mit einem Motorrad rumfährt Was äh Wo ich behaupten würde Das passt generell zu Zu dem Ganzen Von daher Finde ich gut Bin ich für Kommt dieses Jahr raus Auch äh Wieder für Diverse Systeme Nicht nur Playstation exklusiv Ja Also Ja Fand ich jetzt auch Jetzt nicht verkehrt Äh Aber ich hab Ghostrunner 1 Jetzt noch gar nicht gespielt Also Aber wird man wahrscheinlich Nicht spielen müssen Ist ja Ist ja Ghostrunner So wie ich das einschätze Mehr fokussiert auf Gameplay Ja Ja Ich mein es gab eine Story Aber die ist relativ simpel Ja Äh Vielleicht etwas mehr Story Haben wir dann Phantom Blade Zero Wo mir dann Wo mir dann im Nachgang Von irgendwo gesagt wurde Es hätte einen Samurai Punk Stil Wo ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann Was das genau bedeutet Äh Was ich sagen kann Äh Es sieht so aus Als wäre es sehr flott Und das ist äh Nett und vielleicht auch ganz passend Weil äh Äh Angeblich hat der Protagonist In diesem Spiel Nur 66 Tage zu leben Ja ja genau Äh Das heißt was er machen muss Äh Sollte er schnell erledigen Und was er anscheinend vorhat Ist äh 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 Umzubringen Mit äh Schwertern Und kicken Und kicken Es gab auch viele Viele Martial Arts Action Ja ja Es war sehr äh Sehr flott Und sehr over the top Und äh Bin ich mal interessiert Äh Hoffe ich tatsächlich Dass es nicht ganz so sehr In die äh In die Schwelle von so einem Souls-like fallen wird Ich meine Ich mag diverse Dark Souls-Spiele Aber Äh Ist auch mal schön Eine andere Art von Exxon-Spiel zu haben Sage ich einfach mal Äh Ja Es wurde Es wurde technisch gesehen Gameplay gezeigt Aber so ganz Kam da jetzt noch nicht Bei raus Wie es sich genau spielen wird Von daher bin ich mal Gespannt Äh Anscheinend ist es Playstation-Exklusiv Und hat noch kein Release-Datum Von daher Kann es eventuell Noch ein bisschen dauern Bis wir da mehr von sehen Jaja Also Ähm Ich wollte noch anmerken Dass Äh Diese Kung-Fu-Action Art Ich hatte mich da ein bisschen Weil Das war ein Titel Der mich wahnsinnig interessiert hatte Weil ich das Das hat mich richtig angesprochen So Richtig flott Ninja-mäßig Sehe ich so Ich kann mir natürlich noch nicht vorstellen Wie sich das wirklich spielen wird Äh Wir wissen ja noch nicht mal Ob jetzt das Richtiges Gameplay gewesen ist Oder ob das jetzt nur so ein Fake-Gameplay-Trailer war Und das weiß man ja gar nicht Oder kann man nicht einschätzen Vor allen Dingen Weil ja die Bewegung so Äh Exakt gewesen ist Ob man das dann auch so spielen kann Oder nicht Ähm Die hatten halt gesagt Das ist Äh Dieses Äh Ach wie hieß das jetzt nochmal Ich hatte das extra nachgeschlagen Maxia Moxia Äh Äh Ich glaube geschrieben ist es Wuxia Und ich glaube ausgesprochen ist es Wuxia Wuxia Genau Äh Dieses Chinesische Kung Fu Äh Martial Arts Äh Ja Ja genau Äh Ja genau Ich meine äh Der 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 Stil ist äh Also der visuelle Stil ist eher japanisch gehalten Aber tatsächlich so Die Moves und wie gekämpft wird Hatte tatsächlich mehr etwas von 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 ja so chinesisch inspirierten Sachen Mhm Wie man so vielleicht hierzutage von Hero und Tiger und Dragon kennt Genau Und das als Gameplay wäre natürlich super Wenn es funktioniert Da bin ich wahnsinnig gespannt Also es hat Also Da hat das Spiel tatsächlich meine Aufmerksamkeit Ja Und kommt von S-Games Ja bin ich sehr gespannt Äh Von Von wem Von S-Games S-Games Ja S-Games Äh Ich glaube das ist das erste Spiel von denen Deswegen kann man auch mal ein bisschen skeptisch sein Ah Okay Ich gucke nochmal nach Okay Ob das wirklich so ist Aber ja Okay Dann weiter Äh Wen ich kenne ist Äh Dessen Namen ich aber auch wieder vergessen habe Weil ich heute schlecht mit Namen bin Abzu Ich glaube Giant Squid heißen die Ah ja genau Äh die Macher Die Macher die halt Abzu, Pathless und Journey gemacht haben Und von denen kommt äh Journey 2 Nein das heißt Sword of the Sea Äh Es ist macht Es ist quasi hauptsächlich das Was der unterhaltsamste Teil von Journey war Äh man Man surft auf Sand rum Mit einem Mit einem Mit diesem Schwert Der See Quasi so eine Art Äh Skateboard Hoverboard Spiel Was halt sehr ähnlich zu Journey aussieht Äh Und anscheinend verwandelt man Wüste in Ozean Oder so Oder so Äh Wenn ich abfällig zu dem Spiel klinge Dann ist das unberechtigt Das ist äh Im Prinzip alles was ich brauche Ich meine Ich bin sehr zufrieden Wenn ich ein Ein Journey Spiel bekomme Mit äh Sunsurfen Jaja und Ich mochte auch Parfles sehr Was auch ein Was auch Äh Sehr cool war In der Bewegung und so Und Ja Ja ich fand es auch sehr cool Bin ich rundum zufrieden mit Mhm Ja Sollen sie einfach ausbringen Äh Ja Etwas Etwas wo ich mitbekommen habe Wo ich mich nicht selber zuzähle Aber wo es einige Hardcore Fans gibt Die sich sehr gefreut haben Ist äh Das nächste Spiel Äh Talos Principle 2 Ja Von äh Co-Team Den Machern von Serious Sam Äh Wem Talos Principle nix sagt Es ist absolut gegenteilig zu Serious Sam Es ist ein äh First Person Puzzle Spiel Auch ein sehr Tatsächlich ein sehr schweres Puzzle Spiel Äh Ist mir hauptsächlich hängen geblieben Oh okay Äh Sieht hübsch aus Äh Äh Müsste mal den ersten Teil durchspielen Das kommt dieses Jahr raus Für alle Plattformen Äh Äh Ich würde vermuten Du hast da auch nicht mehr zu zu sagen Ne tatsächlich nicht Der Trailer sah cool aus Aber Ja Kann ich Ich hab Talos Principle 1 Jetzt auch nicht Ich mein ich weiß Was das für ein Spiel ist Ich hab tatsächlich damit geliebäugelt Das mir irgendwann mal zuzulegen Aber wenn du sagst Dass es so Hardcore schwierig ist Dann lass ich's lieber sein Ich mein Vielleicht bist du auch einfach klüger als ich Von daher Äh Ja das sowieso aber Ich fand's überraschend tricky Ja Von daher Von daher Vielleicht ist es Vielleicht ist es dann gar nicht so ein Problem für dich Ja Lass uns mal über das nächste Spiel sprechen Äh Ja Äh Das nächste Spiel heißt Neva Oder Neva Naja es heißt eher Neva Neva würde ich auch sagen Ja Ja Es kommt nächstes Jahr raus Es ist von den Machern von Äh Gree Gree Ja Gree ist halt Dem Äh Dem 2D sehr handgemachten Äh Puzzle Plattformer Der vor ein paar Jahren rausgekommen ist Mhm Und Im Endeffekt Sieht es auch sehr ähnlich Zu diesem Spiel aus Äh 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 Ja Es kommt auch tatsächlich Auch wieder für Diverse Plattformen Also es kommt auch für Xbox raus Äh Weiß nicht Mich hat's nicht so richtig Angeturnt Eventuell Oh Eventuell ist es auch einfach ein Spiel Was dann beim Spielen Super gut ist Aber Ich weiß nicht Es ist so ein bisschen Es hat sich so ein bisschen Für mich vom Look her Wie eines von denen Angefühlt Wenn du verstehst Was ich meine Ernsthaft Also für mich war das Eines der Echt Okay Für mich war das Ein echtes Ich weiß nicht Ich weiß Ja die haben halt Ähm Gut das liegt vielleicht daran Ähm Dass also warum das mich jetzt so wahnsinnig angesprochen hat Weil Die haben sich sehr viel von Prinzessin Mononoke halt irgendwie abgeguckt Also thematisch Optisch Wir haben da einen großen Wolf Wir haben diese komische schwarze Suppe Die sich den Wolf schnappt Und dann ist der Wolf tot Äh Der hat auch noch zu Riesen geweint Das alles hat so richtig Ghibli hier Prinzessin Mononoke geschrien Ähm Wir haben auch Kirschblüten gehabt Also es ist Äh Ich fand Ich Also mich hat das wirklich tatsächlich sehr angesprochen Muss ich tatsächlich sagen Okay Also Es gibt einfach so viele davon Es gibt so viele Mit schwarzem Zeug Und dann ist man traurig Weil Irgendwelche Großen Tiere sterben Ja aber Das hat diese Diese flache Optik Mit diesen Ähm Pastellfarben Comiclook mäßig So ein bisschen Also Mich hat es tatsächlich sehr angesprochen Muss ich Äh Ja irgendwie Also Ja doch War so So mein Ding Aber gut Da werden wir uns nicht einig Nö Ich meine Ich meine Äh Äh Vielleicht wenn ich mehr von sehe Dann Und Oder wenn ich spiele Und Ich meine Ich bin da generell nicht abgeneigt Das ist nur Kann Es gibt halt so viele von diesen Spielen Irgendwie Ja gut Ich brauchte so ein bisschen Ich brauchte so ein bisschen einen Hook Also Vielleicht Vielleicht ein Wort wörtlichen Wenn es einen Grappling Hook in einem Spiel gibt Dann Bin ich schon sehr viel mehr interessiert Äh Mal schauen Ja Kommt vielleicht noch Ja In dem Spiel Kommt vielleicht noch Äh Das Spiel kommt auf jeden Fall 2024 Ja Ja Ähm Cat Quest 2 Nächstes Ja genau Äh Nicht Cat Quest 2 Cat Quest 3 Theoretisch gesehen Äh Ja gut Aber es heißt nicht Cat Quest 3 Es heißt Pir 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 Genau Ja Man ist Katzenpirat Ähm Ja Ähm Kenne ich auch wieder Leute Die die Cat Quest 3 Mögen Sie sieht generell sympathisch aus Ich hab ein bisschen was vom ersten Gespielt Äh Es hat einen vollkommenen Okayen Eindruck für mich gemacht Ja Sieht Sieht solide aus Hat Ja Ja Ich bin vielleicht nicht so sehr ein Katzen Fan Auch wenn ich Stray gespielt hab Dieses Jahr Stray war cool Aber ich mag Katzen Aber Cat Quest ist jetzt nicht so 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 meine Welt Mal gucken Und ähm Ja auch das nächste Spiel nicht Äh Äh Ein 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 guter Freund von mir Äh Äh Der Ein wenig mehr Äh Der ein Final Fantasy 14 Fan ist Ich weiß nicht Du kennst vielleicht auch Du hast vielleicht auch Ein Final Fantasy 14 Fan In deinem Leben Ja Mehr als einen Äh Äh Der hatte mir gesagt Äh Wo ich auch zugestimmt habe Relativ Äh Dass es irgendwie sehr typisch von Square Enix ist Äh Bei solchen Sachen Äh Das spannendste und das dümmste Spiel zu zeigen Äh Das spannendste Spiel Für seine Meinung Kann ich ja mal kurz vorweg nehmen Weil da wurde nur ein kleiner Trailer gezeigt Weil es demnächst raus ist Ist Final Fantasy 16 Äh Das dümmste Spiel ist Äh Foam Stars Was Äh Was Splatoon ist Aber mit Schaum Ja Es ist Splatoon mit Schaum Was so ein bisschen Was so ein bisschen Äh Bin Bin ich vielleicht prüde Oder komisch eingestellt Aber Hat das nicht irgendwie leicht sexuelle Implikationen Was Okay Das ist mir jetzt nicht so Irgendwie Das ist Schaumpartys und so Ich war Ich war Ich war Gibt's noch nicht so Ich kenn mich da nicht aus Äh Ganz seltsam Also Schaum ist seltsam Schaum ist seltsam Farbe 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 bei Splatoon war einfacher Ja Ja gut Hier haben wir Der Schaum Die einzelnen Schaums Haben ja ein bisschen Unterschiedliche Farben Oder Farbtöne Muss man ja eher sagen Weiß mal ein bisschen mehr Pink Mal ein bisschen mehr so blau Also babyblau Also türkis oder sowas Also Hat Also als der Trailer angefangen hat Dachte ich mir so Das sieht ja ganz nett aus Hat so ein Anime Comic Look Aber dann Haben die mit Schaum rumgeballert Und Irgendwie Naja gut Irgendwann war es dann einfach nur Splatoon mit Schaum Also das Mehr braucht man eigentlich Gar nicht zu dem Spiel sagen Ja ich glaub das Ich glaub das einzige Distinktive Merkmal ist Dass halt der Schaum Äh Auch Begehbar ist Ja genau Kannst du halt auch Von daher verändern sich dann Die Stages mit der Zeit ein bisschen Aber Äh Ja Es schreit halt so Für mich ein wenig Die Die Verzweiflung Die Square Enix zu haben Scheint außerhalb von Final Fantasy Spielen Und Remastern von Alten Nicht Final Fantasy Spielen Ja man muss aber sagen Dass die halt tatsächlich Hier Ja Meine Idee umsetzen Also Splatoon Für andere Plattformen Zu machen Weil Splatoon gibt's ja Nur für die Nintendo Switch Oder auch für die Wii U Gab's ja ein Splatoon Aber es gibt's ja halt Jetzt nicht für Playstation Xbox Oder PC Von daher ist das ja Der Grundgedanke Jetzt nicht so schlecht Dahinter Aber wenn man sich Überlegt Dass Nintendo ja quasi Splatoon entwickelt hat Weil die ja auch Einen Multiplayer Shooter Haben wollten Der aber familienfreundlich ist Ähm Machen Es ist irgendwie so Eine komische Wanderung Wie sich jetzt dieses Ja Gewandert hat Ich Bin Gespannt Ob da überhaupt Ich kenn keinen Der jetzt irgendwie Groß Interesse an dem Spiel hat Aber vielleicht gibt's Tatsächlich Publikum dafür Ich hab ja Splatoon gespielt Splatoon macht Spaß Das ist richtig geil Ich weiß nicht Ob das jetzt Spaß machen würde Oder ob ich es überhaupt spielen würde Ich wahrscheinlich ja nicht Ja Keine Ahnung Keine Ahnung Egal Was ein gutes Was ein gutes Splatoon Ich weiß gar nicht Es kann sein Dass da schon wieder Der Service eingestellt wurde Was für mich quasi Eine gute Splatoon Alternative für andere Plattformen war War dieses Dodgeball Irgendwas Ja ja Klar Nee nicht Volleyball Halt Völkerball Völkerball Ja genau Quasi dieser Völkerball Third Person Shooter Der mal von EA rauskam Den fand ich eigentlich relativ gut Der hieß auch gar nicht Dodgeball irgendwas Der hieß Knockout Legends Kann sein Ja Knockout Irgendwie sowas Und es kann auch tatsächlich sein Dass bei so vielen Spielen Da schon der Service eingestellt ist Aber Ja Falls das noch läuft Das ist Free to Play Und das ist unterhaltsam Ich fand's gut Knockout City Knockout City Das war's Ja 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 Das ist lustig Weil hier Dieses Formstars Spielt ja auch in der Stadt Also die Stage Die man gesehen hat Ich mein Splatoon Spielt auch in einer Stadt Ja Die Stages sind aber immer anders Also das sind ja eher Also Der Story Teil Der findet natürlich In der Stadt statt Aber die Arenen Ja und die Multiplayer-Arenen auch Bitte? Ja Aber die Multiplayer-Arenen auch Ja ja Aber die Arenen Die sehen halt immer anders aus Das sind jetzt nicht irgendwie Das sind keine Gebäude Oder sowas Weißt du was ich meine? Das ist ja Das sind ja Formen Ja aber es sind alles irgendwie Stadt-Settings Ich weiß nicht Also Das fand ich hier Ich hab Splatoon 1 gespielt Und Splatoon 2 Aber gut Ja okay Vielleicht Ja Also ich hab ja Splatoon 1 Ich glaub Ich glaub worauf es hinauskommt Ist halt Foamstars Sieht weniger abwechslungsreich aus Ja bis jetzt Von den Arenen Wir haben jetzt da nur Diese Großstadt gesehen Aber die Die Ja die Arenen Ja mal gucken Also Wir halten zu lange Lange mit einem Spiel aus Das ist halt jetzt nicht ganz so So Irgendwie schon Ja 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 Kommen wir zum nächsten Titel Ein Spiel worauf ich mich sehr freue Wo Ein neuer Trailer gezeigt wurde Der aber nicht wirklich was Neues gezeigt hat Ist The Plucky Squire Sieht sehr cool aus Genau Ja das sah tatsächlich sehr cool aus Ja Mit dieser 2D 3D Wechsel Ja Ja Action 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 Adventure Halt auch so ein bisschen Zelda ähnlich Aber halt ja Ja Was man schon glaube ich Ich weiß gar nicht wann das das erste Mal gezeigt wurde Ich glaube bei den Game Awards Pfff Keine Ahnung Aber ja das Ding ist halt Es fängt in einem Physischen Kinderbilderbuch an Und Irgendwann brechen die Charakterer aus dem Kinderbuch aus Und rennen halt in Äh In einem Zimmer rum Und kämpfen da Und kämpfen dann auch auf anderen bemalten Oberflächen Wie zum Beispiel einer Tasse und so etwas Genau Sah sehr gut aus Was dann halt auch so ein bisschen Äh Ein bisschen Ähm Wie ist das eine Zelda Link Between Worlds Vibes hat Aber ein bisschen mehr ausgemalt Beziehungsweise Also noch nicht mal das Äh War das nicht Das Gab es da nicht ein Mario Galaxy Was irgendwie 2D Stages in 3D Arenen hatte Ähm War das bei Mario Galaxy Ähm Aber Bei Mario war das Oder war das bei Bei hier Mario 3D World Entweder bei Mario 3D World Oder Odyssey Ich glaube er Will erst bei Odyssey Okay Ja Und es kommt 2023 Kann ich nicht genau sagen Hat ein bisschen Vibes davon Ja Genau Es soll noch dieses Jahr kommen Genau Für alle Plattformen Für alles Sogar für die Switch Sogar für die Switch Äh Ich bin Ich bin sehr gehypt Äh Da freue ich mich sehr drauf Es sieht wirklich sehr sehr gut aus Ja Ja Ich auch Äh Was ich schon für PC besitze Aber was es für mich Unso interessanter macht Ist Teardown Was jetzt auch für Konsolen Dieses Jahr rauskommen wird In dem Fall die PS5 Äh Teardown Ein sehr sehr cooles Spiel Halt Äh Ein Spiel Mit diversen Missionen Wo es quasi darum geht Äh Gebäude kaputt zu machen Äh Oder wo Gebäude kaputt machen Ein Teil von dem Ganzen ist Es ist äh Es ist durchaus sehr abwechslungsreich Und es lebt halt davon Dass die Levels halt Äh Komplett zerstörbar sind Voxel basiert Äh Tatsächlich auch mit Physikalischen Eigenschaften Äh Also nicht nur Minecraft artig Sondern auch Sachen können Einstürzen und so etwas Und äh Ja Bin ich dann tatsächlich Auch sehr interessant Wie dann die Konsolenversion Aussehen wird Weil Teardown halt Auch so ein Spiel ist Was äh Je nachdem wie man da dran geht Absolut jeden PC schmelzen kann Oh okay Äh Äh Ja weil Wie gesagt Es ist alles zerstörbar Also du kannst äh Gigantische Feuer legen Und du kannst im Prinzip Die ganze Die ganze Map niederbrennen Die dann Realistisch Physikalisch In sich zusammenfällt Oh man Ja Also Und dann so Sachen wie Äh Es hat auch Es hat auch ein Software basiertes Raytracing Im Spiel Oh man Das klingt Aufwendig Ja Also äh Ja Ist ein absoluter PC-Killer Wenn man es richtig Oder falsch macht Von daher mal sehr gespannt Wie es auf Konsolen Aussehen wird Aber äh Solange es nicht Eine komplette Katastrophe In Sachen Performance Wird Kann ich jedem Der nicht ein Äh Super Hightech Gamer PC hat Ans Herz legen Ist so ein sehr cooles Spiel Da als ich das gesehen habe Ich kannte es vorher Tatsächlich gar nicht Ich hab erst gedacht Ist das jetzt ein Lego Spiel Ähm Hat dann aber Aufgrund der Der Ich sag mal Ein bisschen Gänsefüßen Gewaltdarstellung Weil es war ja so Also ein bisschen James Bond Szenarion Esk So ein bisschen Äh Passte das nicht so ganz Äh Dann Hatte ich dann halt gesehen Dass man da Alles kaputt machen kann Und Ja Fand es Fand es interessant War überrascht Ja Also ich kann es Wie gesagt Ich kann es dir Definitiv empfehlen Sehr cooles Spiel Kommt dieses Jahr Für Konsolen Sehr gespannt Wie es laufen wird Äh Ja Äh Äh Als nächstes kam Der eventuell Größte Titel Und die eventuell Kleinste Überraschung Des Ja Äh Des Jahres Dieser Show Ja Ohne Scheiße Äh Metal Gear Solid Keiner wusste Wie äh Wie der Titel Ausgesprochen wird Delta Steak Eater Und wie es sich Dann herausgestellt hat Ja es ist Delta Aber ist das das Delta Sah das Delta Symbol nicht immer Alter anders aus Gar keine Ahnung Ne Ich hab's gesehen Ich hab direkt Delta gesehen Ich mach ja viel mit Mathe Deswegen war mir Das Zeichen direkt Begriff Deswegen Ich hab sofort Als Delta Identifiziert Also es ist Es ist wirklich das Delta Es hat halt oben Ein bisschen zu langen Dach Aber es ist ein Es ist ein Delta Zeichen Ja ja doch Ja Ähm Ja Sie wollen es definitiv Nicht Mathe Gear Solid 3 nennen Was es ist Ein äh Ein komplettes Remake Von Mathe Gear Solid 3 Jaja Genau Äh Tatsächlich Tatsächlich Kommt's auch für An Für PC Und für andere Konsolen raus Was ich jetzt nicht unbedingt Erwartet hätte Aber gut War so ein bisschen War halt so ein bisschen Unklar Alle hatten halt Glaube ich jetzt spekuliert Wegen dem Silent Hill 2 Remake Dass Äh Dass eventuell Da auch Sony mit Konami Ein Deal Für Mathe Gear Solid Hat Aber Sieht zumindest Bei Mathe Gear Solid Delta Nicht so aus Und Oder unterschiedliche Zählweisen Wie man's nehmen kann Es ist das beste Mathe Gear Solid Im Gesamten Es ist schon ein Sehr sehr gutes Jahr Ja 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 es ist auf jeden Fall Äh Ja Es ist so oder so Eines der Top Spiele Ja Und es ist das Es ist Äh In Sachen Wenn du alle drei Alle drei Wörter Mathe Gear Solid Haben willst Dann ist es das beste Spiel der Serie Äh Ich bin Nun nicht Ich bin nun nicht Eingetan von Ich weiß nicht Ich mein die Sache Ist Äh Es ist jetzt schon Das zweite Remake Und die dritte Neuauflage Von Mathe Gear Solid 3 Das zweite Die Screenshots Haben mich nicht Ja ich mein Die HD auf Mathe Gear Solid 3D Mathe Gear Solid 3D Auf dem 3DS War mehr oder weniger Eine Art Remake Also Ja gut wenn man das Ja ich hab eher gedacht Es wäre so ein Port einfach Aber Ja Egal Aber du hast die Screenshots Schon angesprochen Ah ja wir hatten Wir hatten die HD Collection Die jetzt natürlich Delisted ist Auch wenn sie Wiederkommen wird In Form von Äh Wie heißt das jetzt nochmal Mathe Gear Solid Master Collection Glaube ich Volume 1 Ja ja genau Genau Volume 1 Genau Das ist in Teil 1 2 und 3 dabei Ja ja Genau es wurde auch schon Geleakt oder Ähm ja Hatte jemand Postet was in der Master Collection 2 drin sein wird Da Okay ich hab den Eintitel wieder vergessen Äh Kommt auf jeden Fall Peace Walker Portable Ops Und Noch Äh Ein Teil Ich weiß nicht genau Also es geht nicht mit 4, 5 Äh weiter Sondern es kommen dann Diese Ableger dazu Ja Master Collection 2 Da müsste ich jetzt mal Den Leak sehen Weil da hab ich Ernste Zweifel Ja Dass da schon ein Leak Raus ist Insbesondere weil ich glaube Dass sich da glaube ich Konami Zeit lassen wird Zu überlegen was sie in den Zweiten Volume packen Aber gut Ja Ich mein Peace Walker Ist am wahrscheinlichsten Weil das gab's ja schon In dieser HD Collection Genau Und äh Das ist definitiv schon Dann Das ist definitiv schon Rausgekommen Dass quasi die Äh Metal Gear Solid Äh 2 und 3 Werden halt die HD Collection Versionen Seien Was dann auch bedeutet Dass äh Metal Gear 1 und 2 Dabei sind Im Zuge von Metal Gear Solid 3 Als Bonus Und ja Ähm Ich schätze es wird dann spannend Mit Metal Gear Solid 1 Angesichts dessen Dass sie noch nicht gesagt haben Ob das auf anderen Plattformen Außerhalb der Playstation Erscheinen wird Könnte ich mir tatsächlich Vorstellen Dass Metal Gear Solid 1 Dann quasi als Äh Eins von diesen Playstation 1 Spielen Erscheint Wie man sie auch jetzt Über Playstation Plus bekommt Also halt quasi als Äh Als emuliertes Spiel Über Den Playstation Eigenen Playstation 1 Emulator Äh Der nicht sehr gut ist Ja Also es wäre keine ideale Situation Aber es kommt mir so vor Als wäre es die wahrscheinlichste Situation Ich gehe auch davon aus Ähm Da Hm Ich fände es interessanter zu wissen Welche Version das jetzt sein wird Wird das jetzt Ich gehe davon aus Dass es die Original Version sein wird Und nicht Twin Snakes Aber es wird definitiv Nee es ist Es ist definitiv nicht Das Twin Snakes Naja Und bei 2 und 3 Wir Amishans sind bei Das wurde auch schon irgendwo gesagt Aber Äh Es war ja so ein bisschen So eine Mauerankündigung Ich meine Die haben halt Einen Trailer gezeigt Ähm Diesen Ameisenvögel Und dann So ein bisschen Ja äh Irgendwie war das so Ich meine Jeder wusste Dass es kommt Deswegen war es ja auch Keine Überraschung Und irgendwie Ja vielleicht 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 Ja ich meine Ich glaube ich weiß Was du meinst Einfach äh Es hat sich jetzt nicht mehr gelohnt Das geheim zu halten Aber sie hatten noch nichts zu zeigen Und darum Ja Haben sie halt da Schneller einen Trailer gemacht Vielleicht Ich weiß nicht Es ist War enttäuschend Es war enttäuschend Ja Aber Aber wie gesagt Die Screenshots haben mich jetzt auch nicht super angemacht Weil Keine Ahnung Eben weil es so viele Neuauflagen von dem Spiel gab Äh Äh Fand ich das was ich in den Screenshots gesehen habe Jetzt ein bisschen wenig Ja es sahen jetzt Also ich meine Da Da sollten Ich Ich bin halt der Meinung Äh Wenn sie da jetzt schon Meinen dann noch ein Remake machen zu müssen Von Metal Gear Solid 3 Äh Insbesondere Wenn sie gleichzeitig noch Metal Gear Solid 3 In der Urversion Beziehungsweise in der HD Version rausbringen Die Äh Äh Heutzutage noch Absolut okay ist Insbesondere weil Äh Die HD Version von Metal Gear Solid 3 War ja auch nicht die Originalversion von Metal Gear Solid 3 Sondern die Subsistence Version Mhm Die dann Eine Third Person Perspektive hatte Die das ursprüngliche nicht hatte Mhm Was teilweise ein bisschen knifflig zu spielen gemacht hat Ähm Aber Ja Es gibt halt absolut nichts an der HD Version von Metal Gear Solid 3 auszusetzen Und von daher Ja Wenn man dann schon ein Remake macht Dann Äh Könnte man von mir aus Auch Sich etwas mehr trauen Ja Und so wie es aussieht Wird es halt Im Prinzip Äh Im Prinzip Ein Ein Remaster mit mehr Grafik So ein bisschen was wie Äh Wie wir hatten bei Wie heißt das Demon's Souls Als das für die PS5 erschienen ist Ja 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 Dito Dito Ich werde es ein bisschen mit verkniffenen Augen holen Und definitiv nicht für 80 Euro Und äh Mal schauen Mal schauen Mal schauen Ich finde es auch lustig Dass sie es Metal Gear Solid Delta nennen Weil äh Ich gehe halt davon aus Dass sie absolut Kein Keine Ambitionen haben Äh Remakes von den anderen Metal Gear Solid Teilen zu machen Ja wer weiß Vielleicht wird das Metal Gear Solid Und wenn sie es jetzt halt Metal Gear Solid Ja Aber wenn sie es jetzt halt Metal Gear Solid Ich gehe einfach davon aus Insbesondere weil äh Äh Es gab ja immer mal wieder Gerüchte Auch wenn Die Gerüchte kamen glaube ich Einfach nur von Hardcore Fans Die es sich herbei wünschen wollten Dass Metal Gear Solid 1 ein Remake bekommt Und dass es nie passiert Kann ja noch kommen mit Metal Gear Solid Und jetzt von Metal Gear Solid Ich sag mal so Ich sag mal so Wenn Metal Gear Solid 3 Der Riesenverkaufsset wird Dann Klar Dann Ja 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 Aber ich glaube Ich glaube sie haben es nicht Wirklich vor Und sie haben sich im Prinzip Das vor Weiß ich auch nicht Aber hab ich auch ein wenig den Verdacht Dass sie sich das vorgenommen haben Was quasi Am einfachsten zu remaken ist In gewisser Weise Vielleicht ja Als Kombination aus Äh Man müsste jetzt nicht super viel Am Gameplay ändern Damit es weiterhin sich Halbwegs modern anfühlt Und man müsste nicht den ganzen Kram machen Das ist halt auch die Sache Das ist halt auch die Sache Jetzt wo sie Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 angekündigt haben Gibt es natürlich viele Leute Die Nicht unberechtigterweise darauf hoffen Dass Volume 2 oder Volume 3 Dann vielleicht Metal Gear Solid 4 beinhaltet Und das mal endlich von der Playstation 3 weg ist Aber ich glaube halt Da müssten sie zu viel dran arbeiten Um das Ja Von der Playstation 3 wegzubekommen Und äh Ich habe noch nicht Vertrauen in Konami Dass sie da die Arbeit reinstecken Ja Gut Kommen wir zu Dem nächsten Titel Towers of Agasper Oder willst du noch irgendwas zu Metal Gear Solid sagen? Nein Äh Habe ich alles gesagt Ja Towers of Agasper Habe ich irgendwie Habe ich irgendwie verpasst Ich kann mich nicht Ich kann mich nicht mehr an das Spiel erinnern Oh Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern Weil Das war Ein bisschen Zelda-esk Das lag wahrscheinlich daran Weil es gab mal so eine Szene Wo Äh Der so runtergeflogen ist Und sich an so So Gleitet wie Link In den Breath of the Wild Und Tears of Kingdom Ähm Das ist ein Third Person Action Adventure Ein bisschen Äh Ein paar Momente sahen es auch ein bisschen nach Survival aus Aber Weiß man nicht genau Da gab es so eine Riesenschildkröte Man kann Äh Hat so ein bisschen Gameplay gesehen Wo man Gebäude aufbauen musste Das war aber nur ganz ganz kurz Zu sehen Ich weiß jetzt nicht genau Ob es da noch so So eine Komponente gibt Wo man ein Dorf aufbauen muss Also man muss die Grundsätzlich die Natur wieder aufbauen Also das ist so Man läuft halt erstmal durch so eine Trostlose Gegend Dann kann man alles ein bisschen grüner machen Wieder Sah sehr sehr Äh Cool aus Äh Man kann jagen Es gibt riesige Monster Also mit Pfeil und Bogen jagen Also ein bisschen wie bei Hier Äh Horizon Ähm Ich Das hat mich sehr sehr angesprochen Fand ich sehr gut War so mein Okay Muss ich tatsächlich mal den Trailer nachholen Ich weiß nicht warum Aber ich hab's tatsächlich irgendwie Äh Towers of Agaspar Agaspar ist so mit A-G-H geschrieben So ganz äh Komisch Äh Ich hätte äh Auch gedacht Das ist Asgab Äh As Ähm Jetzt kann ich es noch nicht mal selber besprechen Asgabar Genau Aber es ist Agaspar Äh Oder Oder wie hieß nochmal die Stadt aus Disney's Aladin Agrabar Puh Weiß ich jetzt nicht genau Egal Keine Ahnung Aber es ist äh Das Spiel sah cool aus Also ein paar Momente hatte ich auch so ein bisschen nach Äh 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 Shadow of the Colossus Weil man so Weil Da so viele Riesenmonster sind Auf die man auch drauf liegen kann Also es Hat viele Elemente Die mich Die mir gefallen hat Ich weiß jetzt nur nicht genau Wo jetzt Der Fokus liegen wird Also auf Jagen Aufbau oder Abenteuer Erkunden Oder Kämpfen Ich weiß es nicht Aber es sieht cool aus Hat mich Hat mich angesprochen Möchte ich haben Möchte ich spielen Ja Schauen wir mal Äh War Hatten sie ein Jahr genannt Hatten sie gesagt Wann es rauskommt Kommt sie dieses Jahr Oh Äh Ich Oh die hatten das wahrscheinlich gesagt Äh Ich hab mir die Sachen natürlich nicht aufgeschrieben Ähm Also wir haben auch gar nicht gesagt Hier die Die Metal Gear Solid Master Collection Die kommt Im Herbst 2023 Äh Ich guck mal bei Dingen Es gibt glaube ich noch kein Release Datum Ähm Kommt aber Ah Playstation Äh 2023 steht hier Ah Ne nächstes Ne Ne nächstes Jahr Also 2024 Oh okay 2024 2024 Für Für Auch Kommt auch für den PC Kommt auch auf Steam Okay Ja Okay Äh Final Fantasy 16 Können wir überspringen Oder Ja Ja Hatten wir Hatten wir gerade kurz drüber geredet Es kommt am 23. Juni Also sehr bald Äh Es wurde schon so ziemlich alles gezeigt Es soll glaube ich noch eine Demo rauskommen Für PS5 Ja Ja genau Da war ich ein bisschen überrascht Dass sie nicht gesagt haben Dass die jetzt rauskommt Weil wie gesagt Ist nicht mehr so viel Zeit übrig Bis das Spiel rauskommt Aber Okay Genau Äh Der nächste Titel war so ein bisschen Für mich überraschend Ähm Alan Wake 2 Es war Ja es war für mich hauptsächlich überraschend Dass bei Playstation gezeigt wurde Ich meine Alan Wake 1 kam halt ursprünglich Über Microsoft raus Aber dann haben sich Remedy die rechte zurückgekauft Und äh Das nutzen sie jetzt raus Indem sie äh Es auf dem Playstation Ding zeigen Und ja Das hat äh Nicht nur ein Release Datum 17. Oktober 2023 Mhm Und ist jetzt schon vorbestellbar Ähm Es hatte ein klein wenig Quasi Gameplay gezeigt Und äh Ich glaube die größte und kurze Überraschung ist Dass Quasi Max Payne zurückkommt In gewisser Weise Quasi das Gesicht von Sam Lake In der Kombination Mit der Stimme von James McCaffrey Kommt zurück Als ein neuer Charakter Der äh Den Ereignissen des ersten Teils nachgeht Während äh Alan Wake weiterhin im Äh In In der Schattenwell In Äh In der Dunkelheit glaube ich Gefangen ist Ich weiß nicht wie er es genau genannt hatte Mhm Ja Er ist quasi in diesem In diesem See Ja Ja Man spielt aber jetzt auch wohl Äh Diese FBI Agentin Die man da gesehen hat Ja quasi die Partnerin von Nicht Max Payne Äh Und äh Was ich auch interessant finde Als jemand der Des öfteren Max Äh Alan Wake 1 Gespielt hat Sowohl Sam Lake Als auch James McCaffrey Kommt im ersten Teil vor Was es ein bisschen Interessant macht Weil James McCaffrey Ist die Stimme von den Von den Protagonisten Der Bücher Die Alan Wake Vorher geschrieben hat Mhm Also quasi Er ist mit einer Buchserie berühmt geworden Wo es halt auch um einen Detektiv geht Und es ist halt auch so eine Anspielung an Max Payne Wink Wink Und es gibt äh Einen kurzen Auftritt Von der äh Realen Version von Sam Lake In einem Fernsehinterview In einer Late Night Show Wo nicht genau gesagt wird Äh Was mit ihm ist Aber er ist definitiv Kein FBI Agent da Von daher ist es ganz lustig Weil Alan Quasi Quasi Sowohl die Stimme Als auch das Gesicht Gibt es schon In Alan Wake 1 Und jetzt ist beides zusammen In Alan Wake 2 Keine Ahnung Ob sie das ansprechen Ich meine Es ist technisch gesehen Nicht unmöglich Dafür eine Eine Erklärung zu machen Weil es Serialer Fantasy Horror ist Aber Mal schauen Das war jetzt mein Klugscheiß Nerdiges Kram Ich freue mich Auf das Spiel Ja Es sah tatsächlich Sehr interessant aus Es gab danach so eine Kleine Kontroverse Weil die gesagt haben Die bringen das Spiel Nur digital raus Oh ja richtig Ja das ist Nicht so cool Ja die hatten halt gesagt Dass Ja die Die Leute haben ja Eine rein digitale Playstation 5 Und eine rein Digitale Xbox Da kann man dann das Ding Auch rein digital Rausbringen Da hat dann aber Hier THQ Nordic Die hatten sich dann Gemeldet Da hatten die Diesen Tweet Abgesetzt Hier Hey Leute Von Remedy Erinnert ihr euch an uns Wir hatten schon mal Spiele für euch gepublished Wenn ihr es physisch machen wollt Hey kommt zu uns Ja Wäre cool Wenn was draus wird Ja Hoffe ich mal Hoffe ich mal Das ist für mich dann Relevant als Sammler hier Ja Dann wurde Assassin's Creed Mirage gezeigt Es ist Assassin's Creed Es ist Sehr Assassin's Creed Esk Ja Aber Aber ich meine Der Vorteil ist halt Es ist jetzt wieder Wie Oldschool Assassin's Creed Quasi Weil die letzten paar Assassin's Creed Spiele Waren ja Anders Die Origins Spiele Ja Mit so Rollenspielelementen Und dergleichen Ja mit Rollenspielelementen Mit halt sehr Jetzt spielt es halt wieder In einer altertümlichen Großstadt Was die anderen Spiele Auch nicht so hatten Und Ja Es sieht halt auch wieder Sehr aus Wie ein Wie eines der Originaltrilogie Beziehungsweise Den ganzen Ezio Spielen Und so weiter Ähm Da schwankt immer So ein bisschen Mein Interesse Weil manchmal Weil manchmal Habe ich mal Die Lust Wieder sein Altmodisches Assassin's Creed Zu spielen Aber andererseits Habe ich halt auch Sehr viele Von diesen Altmodischen Assassin's Creed Gespielt Ja 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 Ich weiß Von daher Wenn es dann Am 12. Oktober rauskommt Wird es zumindest Für mich Absolut Abhängig davon sein Wie gerade Meine Laune ist Ja Tatsächlich Also Für mich spielt So ein bisschen Mit Wie lang Wird es sein Wenn das jetzt Ja Stimmt Das ist auch Eine Sache Ich erinnere mich Noch an Assassin's Creed 3 Wo Ich glaube Der Prolog Des Spiels War glaube ich Zehn Stunden lang Ja Also Für mich muss die Welt Auch nicht so riesengroß sein Und so weiter Also da Steht und fällt Der Titel für mich Wenn ich das so Das Spiel so 20 25 Stunden dauert Wäre ich dabei Ansonsten ist es vielleicht Ein bisschen zu lang Ja Da gebe ich dir absolut recht Das ist ein Problem Bei Ubisoft spielen War auch bei Odyssey hatte ich gespielt War ein Problem Ich glaube ich hatte es Meine älteren Phasen gespielt Das hatte ich halt 20 Stunden gespielt Und dann hatte ich halt Eine Mission gespielt Die dann halt gesagt hat Oh jetzt fängt die richtige Story des Spiels an Und ich war halt irgendwie Schon fertig mit dem Spiel Sozusagen Ja 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 das ist Assassin's Creed 2 Hatte ich an einem Kompletten Wochenende Durchgespielt Zu 100% Oh wow Ja Hast du auch was gegessen An dem Wochenende Hattest du Zeit dafür Ne das Spiel ging halt Relativ schnell Ich hatte dann Das einzige was länger gedauert hat War diese Brieftauben glaube ich Oder ne die Federn Sammeln Naja du sagst relativ schnell Aber wenn du es zu 100% Assassin's Creed 2 Sind das nicht auch 50 Stunden oder so Ich glaube so lange Habe ich gar nicht gespielt Also Echt nicht Also ich hab's Ne ne Müsste man bei mir Bei den Trophäen sogar noch sehen können Also es gibt ja die erste Trophäe Wenn man es angefangen hat Und die letzte Trophäe Wenn man es zu 100% Das ist ein Wochenende Ja Fand ich ganz faszinierend Ich hab das Der Sebastian hatte mir das nur ausgeliehen Also ich hab das Spiel selber nicht Er hat es mir ausgeliehen Und ich wollte es dem Also direkt Nach dem Wochenende wiedergeben Ja ich verstehe Ja war ganz Interessant Ja Ähm Ja Hast du noch was zu Assassin's Creed oder Äh nein Wie gesagt Ist für mich komplett davon abhängig Wie meine Laune zu dem Zeitpunkt sein wird Wenn es rauskommt Ja 12. Oktober Wahrscheinlich spiele ich da noch Immer noch Final Fantasy oder Zelda Gut möglich Ja Ähm Der nächste Titel ist Revenant Hill Ja Das neue Spiel von den Night in the Woods Machern Fidji Äh Äh was man auch Äh Äh Ja gut Äh Ist äh Der Entwickler heißt halt Ähm The Glory Society Finji ist der Publisher Ah ok Ich dachte das werden die Entwickler gewesen Ok Und äh Glory Society ist auch theoretisch gesehen Ein neues Studio Aber ähm Es ist halt äh Scott Benson und diverse Leute Die halt bei Night in the Woods dabei waren Und ja Und ja Man sieht auch recht schnell Dass das äh Von den Night in the Woods Machern ist Aber es ist tatsächlich Kein Zusammenhang mit dem Spiel Es geht um eine Katze namens Twix Und um Eine Hexe oder sowas Und Kram Und Kram Es scheint Es scheint wahrscheinlich wieder Äh Darum zu gehen Wie äh Wie Spätkapitalismus Äh Die Semi-industrialisierten Kleinstädte von Amerika zerstört Da sieht man ein bisschen Was im Trailer davon Es würde mich nicht wundern Wenn das wieder ein Thema wird In dem Spiel Äh Auf jeden Fall freue ich mich sehr Weil äh Ich bin ein sehr großer Freund Von Night in the Woods Das ist ein sehr großartiges Spiel Sehr gut Sehr gut Ja ähm Ich fand das sah auch sehr sehr interessant aus Also Ja Nett Ja 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 Freue ich mich drauf Äh Kommt Irgendwann Für PS5, PS4 Und für PC Leider nicht für Xbox Oder Switch Ja äh Für Switch wäre das so ein optimaler Titel eigentlich gewesen Finde ich aber Vielleicht kommt die noch eine Umsetzung Vielleicht Man kann nur hoffen Ja Kann man auch Äh Was glaube ich auch nicht für Irgendetwas anderes kommt außer PS4 und 5 Ist Granblue Fantasy Relink Das klingt wie ein Spiel wo du mehr Ahnung hast Als ich Ja das ist tatsächlich Äh ein Zumindest in der Ähm Japano Community Ein sehr heiß erwartetes Titel Weil das ist von Granblue Also die Granblue Fantasy Spiele Gab da schon ein paar von Äh Äh und das ist jetzt ein Ähm Mit einer Äh Solo Story Also das du auch alleine spielen kannst Also ein richtiges Rollenspiel Ähm Hat eine Fantasy Welt Es gibt da schon wahnsinnig Äh Viele Charaktere Die jetzt auch da in dem Spiel drin vorkommen sollen Ähm Ähm Ja Das sind keine Runden basierte Sondern Echtzeitkämpfe Pfff Partysystem Also ich hab Ich meine ich kenne mich jetzt in der Welt auch nicht aus Ich hab nur halt Äh In Äh Diversen Foren halt gesehen Dass die Leute sich Äh Wahnsinnig Äh Darüber freuen Dass Äh Dass man Ja Dass der Spiel jetzt Immer noch in der Mache ist Ähm Das War wohl Kurz Zeit irgendwie Mal auf der Kippe Aber das hab ich nicht mitgekriegt Aber Mich spricht der Titel tatsächlich an Vor allen Dingen Weil es ja jetzt ein Ein Story basiertes Spiel ist Äh Also jetzt kein Online Titel So dass ich das dann halt auch mal Äh Spielen kann Und äh Ja Wird im Auge behalten Und wenn die Leute da in den Foren sagen Das ist ein gutes Spiel Ähm Wenn es dann rausgekommen ist Dann werde ich es dann aufzulegen Aber wird definitiv jetzt nicht vorbestellt oder sowas Also zumindest nicht von mir Sagt nett aus Verstehe Verstehe Ja Ja Und es hat natürlich diesen Anime-Look Ähm Absolut Genau Äh Nächstes Spiel Was gezeigt wurde Worüber man auch nicht viel Worte verlieren muss Weil es diese Woche rauskommt Ist Street Fighter 6 Ja am Freitag Am Freitag kommt's raus Werde ich mir tatsächlich zulegen Hat nämlich jetzt einen Story-Modus Äh Und äh Aber gut Äh Ich glaub wir brauchen da echt nie Das weiß jetzt wahrscheinlich sowieso schon jeder Und äh Ist Street Fighter Nächstes Game Nächstes Game Ultros Das sah cool aus Es ist ein Wahrscheinlich auch ein 2D-Puzzle-Plattform-artiges Ding Ja Ja sah ein bisschen Metroidvania aus Fand ich so So schöne Oh ja genau 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 Stimmt Es sah tatsächlich mehr Metroidvania aus Äh Und ja Extrem Bunt Und ja Ein bisschen Psychedelisch Es hat ein wenig Äh Ein 60er-LSD-Stil Sagen wir mal so Ja genau Ähm Sehr gespannt Noch nicht sehr viele Informationen Ah doch 2024 soll jetzt rausgehen Ja ja Kommt nix ja raus Genau Genau Ja dann Äh Wieder ein Spiel Wo ich nicht viel zu sagen kann Weil Es tut mir leid Ich weiß Dass es viele Fans gibt Ich hatte mir mal Dieses Remaster Dazu gelegt Ich kam nie richtig rein Dragon's Dogma Kommt ein zweiter Teil Äh Viele Leute freuen sich Wir haben ein Spiel übersprungen Ich hab ein Spiel übersprungen Tower of Fantasy Äh Wann Tower of Fantasy Tower of Fantasy Äh Ja Äh Hier meine Lüste hat es tatsächlich auch übersprungen Weil Tower of Fantasy ist ja glaube ich auch schon raus Ich meine es wäre schon mit PC raus Genau Richtig Äh Wurde aber da jetzt für die Äh Playstation hat angekündigt Und äh Ja Also Es sah für mich erstmal sehr sehr ansprechend aus Weil wir haben ja Meccas Anime Optik Und äh Sah relativ cool aus Aber es hat ein Online Titel Und äh Ich glaube auch Free to Play oder Ja ja genau Ich meine es ja auch Ja Genau Free to Play Ist jetzt äh Da hab ich dann wieder In dem Moment meine äh Mein Interesse wieder Hat da abgenommen Ja Wollte ich nur kurz erwähnt haben Also Okay Dragon's Dogma 2 Ja äh Hab ich tatsächlich auch nicht gespielt Also Also den ersten Teil Äh Den zweiten Teil sowieso nicht Aber Ja Da hat sich aber Ein Kollege von mir wahnsinnig drüber gefreut Weil der Dragon's Dogma 1 Äh Sehr stark abfeiert Ja Die meisten Leute Die es gespielt haben Lieben Dragon's Dogma 1 Und freuen sich sehr auf Dragon's Dogma 2 Äh Ich bin keiner von denen Äh Sorry Glaube ich Hm Ja Der Anfang ist sehr anstrengend von dem Spiel Äh Ja Keine Ahnung Ähm Äh Dann war ein VR-Titel dran Wobei bei dem ersten noch nicht hundertprozentig klar ist Ja weil Inzwischen heißt es, dass es ein VR-Titel ist Aber Andererseits Der erste Teil kam auch als nicht VR-Titel raus Egal Es ist äh Ein neues Five Nights at Freddy's Genauer gesagt ein neues Five Äh Genauer gesagt Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 Hm Also das heißt Eine neue Quasi eine neue Kollektion von 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 Wahrscheinlich Es wird dann wahrscheinlich mehr wie die ersten Drei oder vier Five Nights at Freddy's Titel Sein Ja Äh Da ich kein Fan mehr bin von dem Macher Früher hatte ich ihn mal respektiert Dafür wie er die Serie gemacht hat Inzwischen nicht mehr aus anderen Gründen Äh Habe ich dazu nicht viel zu sagen Es wurde auch nicht viel gezeigt Ich Finde es dann auch fürs Franchise Nicht super interessant Nachdem ja Tatsächlich da mal ein Äh First Person Titel erschienen ist Ich habe vergessen wie der Titel hieß Security Breach oder so Security Breach genau Richtig Äh Das Dass Dass da nicht daran weitergearbeitet wurde Und ein bisschen versucht wird quasi das ganze zu erweitern Aber Nun gut Vielleicht Äh Vielleicht ist das auch nicht das was die Fans wollen Äh Ähm Nebenbei erwähnt hast du den Trailer zu der Filmadaption gesehen Die jetzt anscheinend endlich mal kommt Achso Ich weiß Ich weiß das hier Äh Das Äh Wie hieß das mit den Äh Mit Nicolas Cage nochmal Das war ja ursprünglich mal als äh Five Nights at Freddy's Film geplant Ja Das kam ja vor Drei oder vier Jahren schon raus Oder vor zwei Jahren Genau Die hatten die Lizenz nicht gekriegt Oder die Lizenz war zu teuer Deswegen haben sie einfach einen eigenen Titel raus gemacht Und jetzt kommt Aber ja Jetzt kommt das Jetzt kommt der offizielle Film Der auch schon Ewigkeiten In Äh Planung ist Äh Ja Äh Kannst du dir ja mal im Nachgang den Filmtrailer ansehen Aber äh Du wirst nicht überrascht sein Okay Dann Äh Ja Was sicherlich manche überrascht hat Aber mich nicht Ich hab's vorher geraten Äh Nicht hier in dem Podcast Von daher kann ich's leider nicht über den Podcast beweisen Aber Ich hab's vorher geraten Beziehungsweise hab ich vorher etwas in der Richtung geraten Äh Resident Evil 4 bekommt einen VR-Modus Und es ist tatsächlich das Resident Evil 4 Remake Das war das einzige, wo ich nicht sicher war Ja Es gab ja noch dieses andere Resident Evil 4 VR Für Ja ja das gab's Was quasi basierend auf dem alten war Aber der VR-Modus war doch schon angekündigt, oder? Ähm Ne, ich glaub nicht Ich mein mich irgendwie zu erinnern, als die hier, äh, das, das, äh, Resident Evil 4 Das war schon relativ, sogar vor Release, äh, des Spiels schon Äh, gut, äh Vielleicht bild ich mir das auch ein Ich mein, das wär schon lange bekannt gewesen Äh, ich, ich, ich mein Ich hab's auch, ich hab's auch vorhergesagt, weil's irgendwie keine Überraschung ist Ich mein Resident Evil 7 hat einen bekommen Resident Evil 8 hat einen bekommen Mhm Der auch, äh, erst relativ kürzlich erschienen ist Ich glaub ich nicht so lange hat das hier raus Das War, äh, relativ Das war ja schon zu Beginn, wo das, ähm Playstation 4 VR 2 rausgekommen ist Da kam das, glaub ich, eine Woche danach kam der Modus Naja, gut, aber fairerweise ist auch, äh, ist auch erst zwei Monate her oder so, glaub ich, oder? Jaja, gut, das ist noch nicht so lange her Äh, ja, okay, ähm Aber ja, äh, ja, ja, wie gesagt, ist, glaub ich, Sole so trotzdem keine Überraschung, äh, Resident Evil 4 VR-Modus, äh Äh, äh, ich schätze wird interessant, wie es sich dann spielen wird Andererseits vielleicht auch nicht so interessant, weil wie gesagt, von Resident Evil 4 gab's schon einen VR-Titel Mal schauen, äh, anscheinend kannst du, anscheinend kannst du dann halt physisch, äh, das Blocken mit dem Messer kannst du dann halt auch in echt machen Was ich mir sehr viel schwieriger vorstelle, als Im Spiel, äh Wird vielleicht wie bei, äh, Village Äh, der Ja, äh, vielleicht kann man es auch auf einfach stellen, ne? Bei Resident Evil Village kannst du ja auch, äh, zwischen den Du kannst ja da alles machen Du kannst das nachladen, richtig machen, ne? Aber das kannst du auch auf Knopfdruck setzen Was dann viel, viel schneller geht Ich mein, das macht natürlich mehr Spaß, wenn das halt Wirklich von Hand eine Kugel nehmen muss In den Gewehrlauf schieben muss, und so weiter Und immer wieder, hey, das Das macht die Spannung natürlich ein bisschen aus, aber Ja, das ist schon Das ist schon das Beste in VR, halt Das ist schon das Coolste in VR-Sachen nachladen In echt Ja, ähm Äh, was man ebenfalls machen können wird In Arizona Sunshine 2 Ein Spiel, wo ich einerseits nicht überrascht bin Dass es eine Fortsetzung bekommt Aber andererseits doch überrascht bin Dass es eine Fortsetzung bekommt Ja Ich bin gespannt Es war quasi von den VR-Titeln So der Erste, der halt, äh So in einer richtigen Welt gespielt hat Und halt nicht nur so ein quasi Rail-Shooter war Von daher war er damals ein bisschen beliebt Aber halt andererseits Ja, man schießt halt auf Zombies Und Keine Ahnung Keiner Ja Muss mal gucken, wie es jetzt ist Also Übrigens, man schießt jetzt immer noch auf Zombies Also Auch in Teil 2 Ja, ja Ja Mehr kann man auch schon fast nicht dazu sagen Oder? Nein Kann ich nicht Genau Crossfire Sierra Quad Squad Quad Ja Squad Ja Ist ein Ja, Militär-Shooter Auch VR Ja Free-to-Play Fans dieses Podcasts Werden sich vielleicht daran erinnern Dass mal eine Single-Player-Kampagne von Crossfire rausgekommen ist Die von Remedy gemacht wurde Die ich absolut grauenvoll fand Oh Ja 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 Hat mich jetzt auch nicht so angesprochen Tatsächlich auch nicht der nächste Titel, der ja schon mal angekündigt worden war Ähm Ähm Bei der Ähm Äh Äh State of Play für VR-Spiele Nämlich Äh Synapse Also das ist dieser Ego-Shooter mit diesen stylischen Ähm Äh Schwarz-Weiß VR Und dann diese farblichen Highlights Ähm Ja Pff Okay Ja Ja Ich meine, das sieht optisch nett aus Aber äh Es gibt halt auch sehr viele Sehr viele VR-Spiele, die halt so aussehen irgendwie Richtig, genau Also es Hat man alles schon mal irgendwo gesehen Äh Ja Den nächsten Titel hat man auch schon mal gesehen Und den kennt eigentlich auch jeder Äh Beat Saber halt Kommt jetzt auch Bekommt jetzt ein Patch für PlayStation VR 2 Ja Cool Ja, es ist glaube ich zu dem Zeitpunkt Es ist glaube ich direkt released worden Genau Die haben dann Es war so eine Art Shadow Drop Ab jetzt verfügbar Äh Und äh Ja, konnte man dann spielen Ja Ja, tatsächlich die hauptsächliche Überraschung für mich war Dass es noch nicht für PlayStation VR 2 verfügbar war Ich dachte, das wäre sofort zum Release Ja, hätte ich auch Äh Also hätte ich vermutet Weil als PlayStation VR 2 rauskam Aber Ich habe halt die ganze Zeit gesehen Ne, es ist nur PlayStation VR 1 Also Und jetzt ist es auch für VR 2 kompatibel Ja Was äh Absolut Sinn macht Ja Macht durchaus Sinn Ähm Ja, nett Ist eines der besten VR-Spiele Äh Aus irgendeinem Grund ist glaube ich immer noch nicht Äh Superhot VR Ist glaube ich immer noch nicht für PlayStation VR 2 erschienen, oder? Oh, da bin ich mir nicht sicher Ich glaube schon, oder? Superhot VR 2 Äh Müsste ich mal gucken Äh, komm Superhot VR Äh Ne gut, hier steht natürlich nirgendwo Kann ich jetzt nicht genau Ich kann es weder bestätigen noch irgendwie dementieren Ich weiß nicht, gar nicht mehr genau Kann sein, dass es schon draußen war Oder ob es ja Weiß ich nicht Tatsächlich weiß ich nicht genau Okay Ähm Äh Bungie ist wieder da Und macht ein neues Spiel Und zwar ein Reboot ihrer klassischen Serie Marathon Was äh Quasi zu Doom-Zeiten Die Doom-Alternative für Apple-Computer war Und äh Halt auch so ein bisschen das mit einer involvierteren Story und allem Also Quasi als Als Leute Als Leute Als die Doom-Macher gesagt haben Äh Story in Videospielen ist so wie Story in einem Porno Hatte halt Äh Marathon Hatte halt Marathon tatsächlich eine involvierte Science-Fiction-Story In ihrem In ihrem prähistorischen Äh First-Person-Shooter damals Für die Apple-Computer Und Es wurde ein CGI-Trailer gezeigt Und der CGI-Trailer sieht extrem cool aus Da hab ich gedacht Oh cool Das würde mich freuen Und oh cool Das wird dann auch definitiv Nicht sowas wie Destiny Weil Sie Destiny immer noch haben Und Destiny immer noch rauskommt Und Vielleicht können wir das kurz sagen Weil ich glaub da haben wir beide nichts zu zu sagen Danach wurde auch von Destiny 2 Die Letzte Große Erweiterung gezeigt Die 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 Ja Und äh Entsprechend hab ich mich dann gefreut Und dann bin ich auf die Internetseite gegangen Und dann wurde mir gesagt Es ist ein sogenannter Extraction-Shooter Und Rein online und rein PvP Und ohne Story Und Extraction-Shooter ist halt quasi Sowas wie Escape from Tarkov Also quasi ein Battle Royale Nur Geht's darum Dass du aus der Map rauskommen musst Hm Ja Und das interessiert mich null Und das Finde ich sehr langweilig Und äh Angesichts dessen Dass Bungie auch nicht so gut mit Destiny war Habe ich jetzt auch null Vertrauen mehr in das Projekt Und Ja Ja Ich find's schön Dass du so Einen ähnlichen emotionalen Verlauf hattest Was das Spiel betrifft Weil Gut Ich kannte jetzt Marathon tatsächlich gar nicht Also Von früher Sondern Ich hab halt nur den Trailer gesehen Und dachte mir so Das sieht interessant aus Also mit diesem Würmerartigen Und dieses dickflüssige Blau Und so weiter Sah ganz interessant aus Und dann kam Bungie Und dann dachte ich mir Okay Und dann hab ich halt Tatsächlich auch erfahren Also Hier Rainer Online Und Okay Verdammt PvP Und Alles Nicht so mein Ding Und dann war ich raus Ja Äh Ähnlich Nicht ganz so ärgerlich Aber ähnlich Enttäuschend War dann auch Die Ankündigung Die dann nach Destiny 2 kam Das Neun Titels Von Firewalk Studios Äh Namens Concord Was so aussieht Wie ein Weltraum Actionspiel Was ich generell Sehr cool finde Und auch Der Trailer war an sich Sehr cool Weil es so eine So ein 70er Stil Hatte auch wieder Sehr bunt Aber Naja Auch da halt Es ist ein Reines PvP Spiel Und Ja Naja Genau Es ging mir genauso Ich hatte Das sah sehr Interessant aus Ich fand es auch Sehr ansprechend Und dann Ja gut Games As a Service Game Blö Ja Und schon wieder weg Das war Ja Ja Ähm Und dann würde ich Vorschlagen Dann würde ich Vorschlagen Wir sind fast fertig Aber ich würde Vorschlagen Wir springen zuerst Zu der letzten Sache Damit wir dann wieder Zurück auf die Vorletzte Sache kommen Weil die letzte Sache War ein Spiel Und die vorletzte Sache War kein Spiel Äh Die letzte Sache war Marvel Spider-Man 2 Äh Was ein Okayes Gameplay Segment hatte Von einem von diesen Linearen Action Sequenzen Die jetzt nicht das Interessanteste an Spider-Man sind Aber Ich fand es okay Viele Leute haben Drüber gelästert Weiß nicht Also ich Ich mochte es Ich fand es super Also ich hab natürlich dann Den Anfang hatte ich mir natürlich Komplett angeguckt Aber irgendwann hab ich Durchgeskippt Weil ich dachte mir so Ja ich will es ja auch Spielen Es ging ziemlich lang Ja Es ging sehr lang Das ist definitiv Ja Ja Also das ist Ähm Wir haben ja auch Einen neuen Gegner Aber ich will Zahle nichts Äh Die Sachen die ich Interessant finde Ich meine Wir haben jetzt hier Äh Einen Spider-Man Mit Einen Symbionten Äh Symbionten Kräften Wir können zwischen Äh Miles und Äh Peter hin und her wechseln Wir haben Zwei Areale Wir haben Manhattan und Queens Und Das waren schon die Äh Coolsten Neuerungen Zumindest Meiner Meinung nach Äh Der Rest war Relativ Äh Gleich Äh Mehr vom Von Von Vom Vom Gleichen Ja Ich meine Es fühlt sich generell Wie eine recht sichere Wette an Ich denke Das wird schon Wird schon alles passen Genau Das wird schon sicherlich Ganz gut passen Ich auch Also es wird Ja Das wird Es ist eine solide Nummer Für Sony und Äh Insomniac Also Passt Ja Von daher Die letzte Sache Die auch schon vor Ewigkeiten Geleakt wurde Aber Wo ich Zumindest bei der einen Sache Nicht hundertprozentig sicher war Ob sie das wirklich ernst meinen Von daher hatte ich da immer so ein bisschen An den Leak gezweifelt Ich hab da nicht dran geglaubt Ey Ohne Schein Ich hab nur gedacht Der will sich ja noch wichtig machen Das kann nicht sein Ja Und Super Ja Äh Genau Äh Wireless Earbuds Für Playstation 5 Unmöglich Nein Äh Ja Ja Okay Doch Die wurden angekündigt Äh Sehen halt aus wie Wireless Earbuds Äh Okay Weiß ich nicht Ob da man da jetzt spezielle Playstation Dinger für braucht Aber ich schätze Das kann man machen Ja Das ist jetzt Das ist ganz nett Das andere ist so ein bisschen überflüssig Aber gut Äh Von vorne Ja das andere ist halt Das äh Immer noch nicht mit einem richtigen Namen Betitelte Projektku Äh Äh Was Äh Wie Wie Leaks vorher gesagt haben Die glaube ich auch bisher Soweit bestätigt wurden Ist es Ein Playstation Handheld Was An und für sich interessant wäre Aber Es ist ein Handheld Wo du nur Remote Play mitspielen kannst Ja Das ist so überflüssig Äh du kannst Du kannst noch nicht mal die Cloud Spiele mitspielen Äh Werden du Äh Was ich auch sehr interessant fand Äh ich glaube das hatte ich auch im Chat gesagt Ich glaube an dem selben Tag Ist halt für Android Das Backbone One erschienen Quasi das Offizielle Controller Accessoire Für Smartphones Womit man dann Playstation 4 Cloud und Remote Spiele spielen kann Mit seinem Handy Was man vermutlich hat Was das Ding noch nutzloser macht Äh Im Grunde kann man sagen Es ist eigentlich quasi nur ein Bildschirm Also ein 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 Bildschirm für die Für die Playstation Ja Wo du nur noch Controller dran machen kannst Ja Also ich meine Das ist Äh Ja ja Quasi Quasi der Wii U Controller Für Playstation Und vermutlich auch Nicht so gut für Ja genau Der Wii U Controller Und halt auch das dümmste Design Es ist quasi ein DualSense Controller In der Mitte durchgeschnitten Um ein Tablet rein zu hängen Genau Aber stimmt Es ist Es ist ein Wii U Tablet Das Das beschreibt es am besten Nur dass du keine Konkreten Games Weil wie gesagt Es macht nichts Es macht nichts anderes Ja Also Das ist so Und das ist halt auch lustig Weil Es gibt halt auch Äh Logitech hat jetzt auch In Deutschland Dieses eine Ding veröffentlicht Und da gibt es diverse andere Es gibt halt Es gibt halt Android Handhelds Und Die sind auch teilweise dann offiziell Von So Sachen wie Äh NVIDIA GeForce Now Und Xbox Gesponsert Wo sie dann sagen können Ja Damit kannst du auch Cloud Gaming machen Und Der Unterschied ist halt Aber ja Das ist dann halt auch Ein Android Tablet Also das heißt Du kannst dann auch Äh Android Spiele drauf spielen Äh Insbesondere die mit Controller Support Du kannst Äh Emulatoren drauf spielen Du kannst halt andere Sachen Damit machen Ja Es Äh Ist dann vielleicht nicht ganz so Extrem umfangreich Und Kräftig Wie das Steam Deck Aber Es ist dann Es ist dann zumindest ein gutes Günstigeres Zwischending Und Äh Dieses Project Q Das wird halt auch interessant Da weiß ich auch nicht wie der Preis sein wird Weil Äh Wie gesagt Dieses Backbone One Ding Ist schon ziemlich teuer Mit 100 Euro Mhm Und Ich glaube dieses Logitech Ding Bekommst du für 250 Und damit kannst du halt Theoretisch gesehen Du musst ein bisschen Rumspielen Weil Sony damit sehr speziell ist Aber theoretisch kannst du damit auch Playstation Spiele In Remote Play und so spielen Ja 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 Ich glaube 300 ist der Preis davon Und Ja halt Äh Weiß ich nicht Selbst 200 Euro Fände ich Ist halt Ein bisschen viel gefragt Ja Für Quasi ein Wii U Tablet Aber Ich kann mir auch nicht vorstellen Dass es billiger wird Ja Ach das ist Ne Aber Ich weiß auch nicht Wen wollen die damit ansprechen Also Wer ist die Zulgruppe Also ich wüsste jetzt nicht Ja ja Keine Ahnung Keine Ahnung Wie gesagt Ich könnte Teufelsadvokat spielen Wenn es halt nicht Diese Alternativen gäbe Die es schon gibt Du kannst einfach dein Dein Smartphone benutzen Ja Also Für mich macht das Ding Überhaupt keinen Sinn Also Naja Vielleicht Steckt da noch irgendwas anderes Dahinter Ich weiß es nicht Ich glaube nicht Ich glaube das ist einfach nur das Ding Ja Ähm Ich meine das Einzige Das Einzige worauf ich achten werde Weil Äh Das hat sich halt In der Vergangenheit gelohnt Bei so Äh Dramatischen Fehlschlägen Von der Playstation Wie Äh Playstation TV Beziehungsweise Vita TV Vita TV Ja ja Hab ich Ist übrigens Also halt quasi die Vita Die kein Handheld war Die man an den Fernseher anschließen konnte Habe ich auch Äh Ist auch Ist auch gar nicht so schlecht Hätte ich nie sonst gekauft Weil Ist halt auch Äh Ich meine Ich hab es halt für 30 Euro gekauft Und für 30 Euro war es sehr gut Für den ursprünglichen Preis von Ich glaube 150 Euro war es sehr schlecht Ja ja Du konntest noch nicht mal alle Vita Spiele damit spielen Genau Und es war kein Controller dabei Äh Und solche Spiele rein Äh Was halt ein komplettes Desaster war Genauso wie halt Die Playstation Mini Ein komplettes Desaster war Die dann aber auch Irgendwann für 10 Euro Verkauft wurde Und für 10 Euro Ist es wieder sehr gut Wenn man das Ding hacken kann Und dann kann man Hast du damit Eine ganz gute Immunationskonsole Äh Von daher Von daher Das ist so meine einzige Hoffnung Für Project Q Dass das wirklich So sehr scheitern wird Dass man es irgendwie Für 30, 40, 50 Euro Holen kann Und dann werde ich es vermutlich holen Einfach um zu gucken Ob man das irgendwie hacken kann Oder weil es dann halt einfach Ein Bildschirm ist Für Für Eventuell dann Also Ich meine Wenn es dann wirklich Irgendwie mal so sehr auf den Preis Hinkt wie bei den anderen Sachen So für 30, 40, 50 Euro Würde ich es einfach holen Weil es dann noch Ein zusätzlicher Controller ist Ja stimmt Die sind ja auch ziemlich teuer Für Playstation 5 Stimmt Stimmt Das wäre dann echt Ein zusätzlicher Controller Ja 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 keine Ahnung Also das ist so Das ist so das Positivste Was ich daraus rausholen kann Wenn ich Wenn ich drüber nachdenke Halt Ja gut Vielleicht für jemanden Wenn es eine Familie ist Der eine zockt halt Gerade Playstation 5 Und dann sagt die Familie Hier Wir wollen jetzt hier Eine Sendung gucken Aber er will weiterspielen Dann nutzt er sich den Controller Und Ja oder du gibst ihm halt Ein Handy Am Telefon Und du kaufst ihm halt Zur Not Diesen doofen Controller Halt Den er aufstecken kann Und dann ist es dasselbe Ja ja Sogar besser Weil er kann es dann Weil er kann es dann Noch unterwegs Kann er dann auch Im Internet spielen Falls er das Playstation Plus Ding hat Dann kann er die ganzen Cloud Spiele spielen Ja Ja Aber so nicht Ich sehe da jetzt Nicht so den Reiz Tatsächlich Aber da sind wir uns einig Ja Dann sind wir ja durch Ja War einiges Aber es wurde halt auch Viel gezeigt Es wurde viel gezeigt Das ist richtig War generell okay Problem ist Dasselbe Problem Was ich immer habe Es ist zu viel CGI Und Ich will einfach Einfach nur Im Prinzip So viel Gameplay sehen Wie möglich Und so nah wie möglich An Gameplay Was wir glaube ich Auch gesagt haben Bei Wie hieß es noch gleich Phantom Blade Zero Da wurde technisch gesehen Irgendwie Gameplay gezeigt Ist man noch Immer noch nicht ganz sicher Wie es genau Sich dann spielen wird Ja genau Ist leider so Aber gut Ist halt so ein bisschen Die Krankheit Von heutzutage Und ja Ich meine Ich glaube wir hatten schon mal Darüber geredet Ist halt auch Relativ schwer Da direkt mit Gameplay Rauszukommen Aber halt CGI Trailer interessieren Mich nicht zu sehr Und wenn mich CGI Trailer Interessieren Wie beim Marathon Dann gucke ich halt Hinterher Was es für ein Spiel ist Und dann interessiert es mich Auf einmal nicht mehr Es ist halt Ja Vor allem Das sind ja Spiele Die erscheinen ja jetzt Alle Also Ein Großteil Erscheint ja noch Dieses Jahr halt Dann Da müsste man ja Gameplay haben Also Eigentlich Ja eigentlich schon Eigentlich schon Gut Schauen wir mal Schauen wir mal Phantom Blade Bin ich tatsächlich mal Interessant Interessant Also bin ich mal gespannt Wie es wird Und Ja Gab ein paar Interessante Titel Aber So Mein Fazit Von der Konferenz Ist eigentlich Tatsächlich So ein bisschen Ernüchternd Also es war jetzt Es war nichts Überraschendes dabei Großes Überraschendes Wenn irgendwas Da war Wie jetzt Ich meine Ein Remake Von Metal Gear Solid 3 Hätte vielleicht Überraschend Sein können Wenn das nicht Schon So lange Geleakt Geworden Ist halt Also wenn das Dann hätte das Einen ganz anderen Impact gehabt Aber Absolut So Es war halt Die Konferenz Ich meine Ich hab's mir ja Komplett angeguckt Ich hätt mir da Einfach auch Irgendwas zu durchlesen Können Absolut Absolut Ja und Ich meine Was mich halt Dann auch Ein bisschen Es hat mich Nicht wirklich Überrascht Aber es ist halt So ein bisschen Weiter die Bestätigung Von dem Was mich halt Bei Sony Schon so ein paar Jahren Wurmt Nichts Es wurde tatsächlich Auf der Konferenz So gut wie Nichts Was von Sony Gepublished Wird gezeigt Es wurde Oh ja stimmt Ich weiß gar nicht welches Es wurden zwei oder drei Spiele Die von Sony Gepublished Wären gezeigt Ja ja ich glaube Eines der ersten Und Puh Helldivers Helldivers Ist von Sony Helldivers War von Sony Ja Helldivers Ist von Sony Und Ja da war Ich hab auf jeden Fall Sony Studios Hatte ich noch einmal gesehen Ich glaube ich hab Also ich hab Ja Concord Concord Dieses Weltraum Ding Genau Concord Genau Richtig Und das sind halt Beides Das sind halt Beides auch nicht Die Sachen Aber Ja Spiderman Ja und ja Natürlich Ja Spiderman Ich mein Spiderman Klar Spiderman ist cool Aber halt Ja halt eben Nicht mehr so die Titel Die Sony Früher mal Interessant gemacht hat Weil sie jetzt halt Nur noch Weil sie jetzt halt Quasi unbedingt Einen Online Titel Haben wollen Das sind Das ist mir Aufgefallen Es sind sehr viele Online Titel Dabei gewesen Also Ja Überwiegend Also fast schon Ja Aber das ist das Aber das ist das Aber das ist das Ja Ich hab weiterhin Ich hab weiterhin Ich sehe weiterhin Kein Interesse an dem Wolverine Spiel Äh Da bin ich gespannt Wie sie es machen Also ich mein Da gab es ja noch Nichts zu sehen Also Ne da gab es noch Nichts zu sehen Aber es Interessiert mich nicht Wolverine Da gab es schon ein Spiel Da gab es Es gibt schon diverse Spiele Wo man Wolverine spielen kann Und es gab sogar ein gutes Äh Ja Ist jetzt nicht das Spannende Ich vermisse halt eben Die Sachen Die sie geschlossen haben Es kam halt kein Japan Studios Spiel Äh Das Team Ico Spiel Wird auch sowieso Nicht Playstation Exklusiv sein Das nächste Weil es kein Team Ico mehr gibt Weil die jetzt Einen anderen Namen haben Und halt nicht mehr von Das ist halt so ein bisschen Das Wie gesagt Das überrascht mich nicht Aber es ist halt immer Ein bisschen schade Ich will halt Was beklopptes sehen Von Sony selber Wo halt Sony Selber das Geld reinsteckt Um es Um daraus Ein Ding zu machen Ja Ich glaube nicht Mit dem aktuellen Sony Nee 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 Aber gut Ähm Dann Beenden wir den Podcast Aber egal Trotzdem genug interessante Spiele Von daher Äh Äh An und für sich Ist noch alles gut Ja Ja Genau Ja Das muss man so sehen Ja genau Gut Ähm Ja Danke für deine Zeit Ja Danke für deine Zeit Danke dass du dich von Zelda lösen können Konntest Ich hoffe Ja Ich hoffe es steht noch alles Wenn du wiederkommst Zu Zelda Ja ja Ich bin ja im Standby Modus Ich kann ja direkt wieder reinhüpfen Also Ja Kein Problem Sehr gut Ja Nächstes Mal Ich schätze dann Ich schätze dann der nächste Wird dann nicht allzu weit ausstehen Weil ihr über Weil ihr über Zelda reden müsst Und äh Wir vermutlich dann noch einige weitere Konferenzen Live Übertragungen Ankündigungen Und was auch immer bekommen werden Richtig genau Ich meine es waren ja jetzt noch ein paar In den nächsten Wochen Da gab es ja noch ein paar andere Ankündigungen Aber das Äh Ja Heben uns alles für nächstes Mal aus Genau War ja schon Langer genug Podcast Also Eben Gut Dann ähm Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau Vielen Dank.